reden so ja also ich habe überlegt dass ich vielleicht irgendwie und warum da kann ich runter machen blöcke feindlich kreaturen lasse ich besser laut hast du überhaupt die anmelde zeugs für deinem server schon eingerichtet das kann ich euch hier machen dadurch dass eine private private ip-adresse das kommt man sowieso nicht drauf also ja aber jetzt mal sagen jeweils die kaktus so für dich so er so durchschnitt es war so total also ich hätte euch jetzt auch sein lassen können also nicht sein absolut geil bin ja am freitag angereist aber schon um 18 uhr ich wollte sagen im bett gewesen nee das nicht ganz so früh ist das schon schlafen heilige scheiße gefühlt gefühlt also im bett gelegen schon um 19 oder 20 uhr weil ich halt seit keine ahnung wann wach war halt vorher noch gearbeitet direkt nach der habe habe früher feierabend gemacht bin dann direkt im fernbus gestiegen losgefahren hätte ich gewusst dass es noch eine aftershow party gibt wäre ich tatsächlich wäre ich tatsächlich auch früher los noch hingegangen hat zumindest versucht doch noch irgendwas mitzunehmen ein stuhl war irgendwie weiter und und ein bisschen zeug mitnehmen also schon nach dem server drauf ja ja ich habe dich gar nicht gesehen ich bin gerade mit f1 unterwegs wo war ich stehen geblieben gerade kaktus ich bin halt erst erst am samstag bin ich halt hin aber da halt direkt schon ganz ganz früh ich glaube halb elf war ich dort und um elf und um elf haben die erst aufgemacht warum warum stehe ich jetzt doof rum ich weiß es nicht warte mal ich mach mal ganz kurz was ich gehe ganz kurz den kreativen modus rein einfach nur dass ich fliegen kann dass ich die welt von oben sehe ja und ich war dann also ja stimmt ganz früh war ich wach ganz früh war ich da um elf war ich dann halt dort das erste es war es war eigentlich relativ relativ wenig also im vergleich zu dream hack ungefähr gleich viel würde ich schätzen aber dadurch dass es mehr fläche war weil es war nur eine messehalle belegt sage ich mal und auf der dream hack war eine messehalle für lahn und entertainment area seit da wo ich war von der lahn selbst konnte man leider nicht großartig was sehen halt nur von so ein bisschen von brand was du machen könntest du könntest auch bilder zeigen so die wusste geschossen hast geht dafür auf mein instagram ausrufezeichen instagram dort habe ich ein paar fotos hochgeladen ja ich hab da ein paar cosplayer mich ein paar cosplayer ablichten lassen ich glaube das foto mit den influencern die ich getroffen habe also was als influencer halt funk und vera waren die einzigen beiden sei mal größeren die anderen mit denen ich ein foto zusammen gemacht habe waren halt alles leute die ich auf der dream hack schon kennengelernt habe bei fast alle kreativhötchen zum beispiel habe ich dort erst kennengelernt das war auch nur mal für sich mit ihr also im positiven gemeint weil ne absolut moment bevor ich jetzt irgendwas bevor ich jetzt immer es war es war halt irgendwie so so man hat auf die gleiche sache gewartet weil irgendwann kam halt ein anderer streamer an während wir halt kurz wie wir uns hingesetzt haben kann man an ja wollt ihr mitkommen so ein management sucht ein paar leute zusammen die wollen sich mal vorstellen und so weiter ja ok ja ok kann man sich anhören wenn man wenn man nichts unterschreiben muss oder so ja nö kein ding so sind wir halt mitgegangen und dann wir standen vor der tür die sollte aufgeschlossen werden der schlüssel hat aber nicht gepasst und da standen wir halt und haben wir uns unterhalten und irgendwie ist dann dazu gekommen dass man dann zusammen rumgelaufen ist und das witzigste war als die wieder gekommen sind mit dem richtigen schlüssel ging jetzt auf einmal eine treppe runter wir sind in den keller gegangen auf einmal werden wir in den keller geführt so fangen horrorfilme an aber ist zum glück wieder gut gelaufen also ich habe nachgeguckt ich habe keine narben mir wurde keine nie rennt genommen vielleicht weißt du also nicht vielleicht wurden die naben einfach retuschiert nein ich kann auf jeden fall noch ganz normal pinkeln ja ich wollte irgendwas sagen aber ich habe es vergessen toll und da man ja 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 alles gut und da man da nicht schon genug rumgelaufen ist weil ich habe wie gesagt war wenig an sich relativ wenig zu sehen aber was zu sehen war war cool und ich bin dann halt immer ständig rumgelaufen um zu gucken so sieht man irgendwen den man kennt ist da vielleicht irgendwie ein cosplayer mit dem man sich noch ein foto machen kann oder ist halt vielleicht irgendwo etwas frei wo man kurz sich hinsetzen kann komme ich gleich noch zu und da man da nicht schon genug rumgelaufen ist nein ist man dann halt danach nach der kaktus noch zusammen halt richtung das war das hotel von umar da sind wir essen gegangen da ist ein restaurant daneben dort haben wir geknuspert ähm ja wie geil dass das dort von oben gerade aussieht wo wir noch nicht mal viel haben es sieht trotzdem irgendwie vor allem das haus das du da gemacht hast das sieht da von oben auch richtig geil aus vor allem wegen dem beet naja es ist halt schon ein bisschen was also wir haben jetzt nicht viel gemacht weggeist ähm sondern der das portal ich dachte ich weiß noch das portal jo ansonsten was hast du alles erlebt außer halt ähm das gerade ich überlege ich gehe gerade so die halle durch also das erste was wo man angekommen ist das waren es gab immer wieder Merchstände und so weiter ich habe mir davon aber nichts geholt was ich mir aber geholt habe oh gott jetzt muss ich noch in Gundelf Stream ranschauen ähm ist aber tatsächlich nicht für mich das ist so ein Drache ist von MSI Moment Moment so mach mal Vollgeld mach mal Vollgeld mach mal Vollgeld Kannst du mal kurz Vollgeld machen? ähm ja lol hab ich mir abgegriffen der MSI Drache geil äh ist aber tatsächlich nicht für mich sondern für eine Freundin ähm wollte ich sage gerade sagen hast du überhaupt denn das alter meter auf ich glaube mieter ich mich gespeichert ja man muss reingekommen mörd stände dann kam schon die diese fpv arena ja stimmt da war ich da war ich kurz hatte ich kurz ein herzinfarkt bekommen wo ich das gesehen habe dachte mir so kann darf und fpv also fpv ist das zweite hobby was ich habe so neben streaming und so und jetzt bin ich auch so wo ich halt so einfach gesagt racing drohnen fliege so aber in freestyle also wo man quasi irgendwas macht und man hat das eine brille auf was ist eine art vr brille und so und wie ich das foto gesehen habe dachte mir das ist definitiv keine vr brille was er auf hat weil die meisten vr brille sehen nicht so aus deswegen so dachte mir so habe ich ihn gefragt so ist das das was ich denke was es ist oder täusche ich mich da ja was hast du mit der brille noch gemacht hast du hast du da gezockt ja ja das heißt gezockt ne die kamera über die deren bild ich halt sehen konnte war an so einem funk flitzer wie ich das so schön nenne festgemacht sondern so nah so nah so nah so nach sie car rc auto keine ahnung wie man die man die auf deutsch nennt ferngesteuertes auto spielzeug auto was weiß ich keine ahnung ja ja und dann halt mit mit lenkrad und und gas und bremse also gras und bremspedal konnte ich konnte ich das ding halt steuern und so weiter bin halt damit umgefahren war an sich eine coole erfahrung mehr hat so ein bisschen dieses typische wie our feeling gefehlt so wenn ich mich umschaue dass ich dann auch eine andere richtung gucken kann das ist normal aber im fbv dings und so es gibt sachen das nennt sich headtracker wo man auf die brille quasi zum modul drauf steckt wird auch angeschlossen so und dann kam man quasi über einen gewissen link quasi dann die kamera hin und her bewegen also das geht schon dass man das machen kann und so wieder aber was selten benutzt oder oder vielleicht zu 360 grad kamera aber da kann ich mir vorstellen weil die dinger sind sehr sehr häufig gecrasht und auch auf dem rücken gelandet und so weiter kann ich mir vorstellen dass das eine kamera nicht ausgehalten hätte und zusätzlich soweit ich weiß werden die zumindest die insta 360 grad kameras die werden im nachhinein bearbeitet so deswegen so dass man sich umschauen kann ist wahrscheinlich jetzt nicht so möglich so mit einer kamera wird hat meistens immer gemacht so dass wir quasi die kopfbewegungen getrackt werden und dadurch haben wir die kamera mit dem server einfach hin und her geschoben wird oder gewicht wird aber ansonsten da gibt es auch wir die videos drohnen videos auch so wo man mit dem kopf dann sich hin und her bewegen kann und so aber in den fbv hobby ist das halt geht halt absolut null weil im endeffekt so du fliegst halt ist schon dann noch ein kopf hin und her bewegen und so weil je mehr dass die kamera einen winkel verändert desto mehr verändert auch das steuerverhalten so weißt du weiter nach vorne gibt es mit der drohne so und deswegen so ja ist es ja wird meistens eigentlich so in spaß projekten eingesetzt oder halt in so art dj drohnen aber trotzdem eine erfahrung auch wenn auch wenn das das steuern so mit dem lenkrad war ein bisschen wie war die auflösung bin er vor der brille so solide also besser auf jeden fall ist meine oculus okay dann geht es mir hat die brille sein also quasi in den digitalen wenn es so bei mir ist kannst du auch mal meine brille auf hocken so die ich sag mal so das ist halt technik von die 90er so wo es halt noch das alte ja zum beispiel die startkabel und das läuft alles analog und im endeffekt ist es auch analog zumindest was ich fliege lasst mich überlegen weiter die retro area die war cool da war es mir ist die ganze hinterher geflogen ja ich verfolge ich einfach so das kamera ich greife nicht ein ich fliege nur was kameramann ich bin bruno heute du hast du jetzt gerade ok ach Gott die pilzkuh alter aber der geist regt mich auf ich denke mal das kannst du dir einsperren nicht hilft hätte ich vorher machen können aber jetzt ist auch schon zu spät also retro area da gab es einmal sei mal so ich glaube das war auf euro paletten aufgebaut auf euro paletten möbel gebaut so ein paar konsolen die älteste dort war die snes glaube ich dann gab von sega noch einige konsolen und die playstation 1 und 2 habe ich dort gesehen die playstation 2 wird das retro konsole schon gesehen ja wenn ihr mich so alt deswegen weiß was ich mich alt fühlen es haben leute zumindest da habe ich das auf tik tok gesehen dass leute die xbox 360 als retro konsole für alte leute gesagt haben die 360er ja gut passt zu mir ich habe ja die ps3 die kommt ja aus der gleichen generation das weiß ich noch wie ich versucht habe in meinem der xbox 360 zu fixen weil die hatte so einen blauen ring also quasi hat hat die ist halt nicht hochgefahren aber mit wahrscheinlich prozessor problem gewesen sein auf der anderen seite war so im halbkreis auf das neue wasser ding habe ich gesehen aber wegen der wächter und so die hatte ich im letzten stream auch schon kennengelernt wo ich zehnmal gestorben bin im halbkreis aufgebaut war richtig richtig alte teile also nicht nur die snes die nes war so das neueste quasi ein bisschen tatsächlich bin ich älter als die jünger als die nes das ging dann bis zur c64 atari 7800 und so ein teil ich habe den namen vergessen also stand zu als beschreibung 40 jahre alt ich glaube sogar ein ticken älter an sich kann es nur quasi licht an und licht aus als pixel darstellen aber sowieso sehr grob pixel ich hatte aber mehrere farben und weiß wie die das geregelt haben unterschiedlich farbige folien auf dem bildschirm geklebt das ist praktisch und das ist einfallsreich vor allen dingen so vor der damaligen zeit so hatten die war die technologie noch nicht da okay obwohl beamer heutzutage funktionieren auch so zumindest halt wirklich high-end kino beamer die funktionieren quasi so so dass die quasi einmal ein rotes display haben ein blaues display und ein grünes display glaube ich und da strahlen quasi jeweils lichter drauf und die kombinieren quasi das dann zu einem bild und wird wahrscheinlich genau ähnlich sein tatsächlich tatsächlich läuft hat das anders funktioniert weil das war nicht diese diese folien waren auf dem bildschirm so als würdest du dir eine blaue folie auf dein monitor kleben das heißt nur von hinten hat dann halt ein pixel geleuchtet so und das war dann so einfach nur so irgendwelche vierecke da muss mich gerade angreifen da waren einfach nur vierecke die man beschützen musste als so ein dreieck raumschiff vor irgendwelchen raumschiffen die halt so von außen kommen und dann sich das klauen wollen und jeder ein auch teilweise angreifen so richtig arschlöcher auf dem c64 die pacman dann gab es so wie hießen das tv spiel tv konsole irgendwie so das ganz alte pong mit den beiden strichen an der seite und dem weißen punkt der dem man hin und her wirft sagt man ja dass das erste game ist so richtig nicht ganz tatsächlich gab es vorher schon spiel das lief auf dem bildschirm von dem oszilloskop krass das wusste ich gar nicht also zumindest meinen meine erinnerung weil das ja also das erste spiel das auf einem gerät lief das extra für spiele gedacht war von oszilloskop ist halt nicht für spiele gedacht ja ja und es das und du hattest da noch nicht mal tasten bei pong sondern so drehknöpfe mit denen du hatten die du halt so je nachdem wie du gedreht hast hat sich der strich hoch und runter bewegt erinnert mich an das alte an die radiozeiten also wo man dann quasi das radio eingestellt hat als apropos radio ich habe zum ersten mal an meinen av receiver ist antennenkabel angesteckt und es funktioniert heute sogar heutzutage ganz anders die ap radio nennt sich das und du magst einfach sender suche ist gleich wie im tv quasi mag sender suche tada alles da gong fm wird angezeigt und alles bitte quasi angezeigt und so und das ist so praktisch du hast keinerlei rauschen gar nichts und so das aber nur den radiosender so radio hat sich trotzdem so krass geändert so lol weil der radio auch schon so wann ist radio raus gekommen so traditionelles radio erwiesen ist halt heute auch noch kennt so ein bisschen würde ich so ungefähr schätzen ende 18 also die reine technologie glaube ich schon ende 1800 würde ich sagen aber ja dass ich sage ich sage mir so zeit dass ich kann nicht nicht eine zeit die für die deutsche geschichte nicht ganz so glorreich ist da gab es auf jeden fall da war radio schon sehr sehr weit verbreitet da sind wir gerade die ersten fernseher aufgekommen gab es darüber auch so alte fernseher oder eher nur gaming weil seine gaming nur gaming gaming aber es gab alte filmposter unter anderem von metropolis das als erstes science fiction als als erster science fiction film überhaupt gilt altes kino poster vom ersten star wars film und auch gott ich hatte es wiedererkannt ich weiß nicht mehr wie der film heißt auf jeden fall ist da ein roboter mit abgebildet auf dass die protectons aus fallout eine referenz sind weil die halt ähnlich aussehen so dass war das dann kam also hat sie die retro area dann dahinter gab so ein ich weiß ja von irgendeinem unternehmen oder so sondern so ein popcorn stand okay kann man machen mal wieder auf popcorn ich habe schon so ewigkeiten nicht mehr popcorn gegessen deswegen gehe ich auch gerne gerne ins kino soll oh mein gott ich weiß was mir ja mal in mein heimkino noch fehlt sonst so eine kleine popcorn maschine warte mal warte mal sowas fehlt bei mir noch ich kenne da eine seite die das verkauft ich werde es nicht hier verraten weil keine werbung und so aber ich schick dir meinen link ja hier ist das wortze wird ist gott wo passt ihr besser ich spiele keine rolle ich habe und ist gott am handy ok dann wortze gehört ja ich stelle weg laufen ach von dem lol seit wann gibt es da sowas ich weiß es nicht aber lol 71 euro nur das ist ja bezweilbar ich hätte jetzt mit über 200 euro gerechnet lol also so eine popcorn maschine fehlt bei mir wirklich noch so ich weiß aber nicht wo ich dir hier hinstellen soll weil alles voll ist und so vielleicht ins eck oder so küche oh mein gott apropos küche ich glaube das habe ich ja die privat gesagt und so ja ein kumpel war gestern bei mir und der alex der ryanator und ich hatte von ihm noch einen kühlschrank nimmt so so einen kleineren kühlschrank im mini kühlschrank würde ich nicht sagen sondern den kleineren kühlschrank gab und so den hat er jetzt wieder ab und was weiß denn was das irgendwas auf mich geworfen nein ich bin einfach nur kurz bis zum unterlassen gegangen ach so weil das boot halt auch gewackelt hat ich bin einfach nur so irgendwas greift nicht von hinten an dachte ich auf jeden fall habe ich dann jetzt kein kühlschrank mehr so so deswegen als erstes was ich mir an geräte hole ist ein kühlschrank wieder ich habe schon einen ausgesucht bei amazon gibt es ein für um die 200 euro also genau 200 euro und das ist eine so ein kleinerer kühlschrank wo ich schon ab mit gefrierfach diesmal auch weil der alte kühlschrank vom alex hatte keine keinen gefrierfach gehabt und so und ja aber in schwarz der ist komplett schwarz und so soll das wirken soweit die meisten kühlschränke sind weiß und es sei ja ich habe noch nie in schwarzen kühlschrank gesehen auch so die top high end dinge für ein paar tausend euro weiß ich habe ich habe auch auch sonst so einen kühlschrank gesehen mit zwei türen und eis macht eismaschine drin und so ein wasserspender so aber finde knappe tausend euro so für was brauche ich nicht weil ganz ehrlich so wie das bisschen was ich essen in den kühlschrank einstellweil in der hauptkühlschrank ist bei meinem erwarten weil wir teilen uns heute im kühlschrank sparen wir strom was machen sie da dich dazu bringt genau das zu fragen wo weiß das geil wäre wenn es da wirklich die fpv mords geben werde in das minecraft in der version weil dann könnte ich das so schön hin und her fliegen und die genauen fpv shots machen wo ich normalerweise macht wenn ich im simulator zocke und rennautos verfolge aber ich will gar nicht wissen wie oft ist in den server aussieht bei der geschwindigkeit in fpv modus bin ich schneller so bin ich so die schnelle wie wenn man rent in der ja das meine ich er ist alles gut war und verfolgen noch nicht das kommt erst für die kirche reisen ist wirklich das neue der neukürbis irgendwie gibt es keine richtigen landmassen es ist halt auch nur eine insel unterwegs aber was mir vorkommt ich hätte dachte dass wirklich das boot genauso schnell ist wie wenn man normal fliegt im minecraft aber wenn ich nur weh drücke dann bin ich schneller wie du obwohl ich nicht einmal rennen in anführungszeichen wenn ich renne dann wie wo war ich stehen geblieben wir waren bei bei popcorn danach kann alten kinos also von kinoposter danach kam glaube ich schon die cosplay area die war ziemlich klein an sich weil da war also cosplay reparaturbereich sage ich mal und da war da war auch das darf nicht anzug musste ich halt einfach hinter das habe ich hätte gesehen sofort so da an der stelle hatte ich glaube ich am ich glaube am samstag noch einen typen gesehen der hatte einfach eine fallout power rüstung an das war so ich hab den gesehen so ich muss ein foto machen wie lange hast du eigentlich gebraucht und die rüstung anzuziehen gar nicht die war von den offen ach so ok wenn man genau hinguckt sieht man noch dass an den beinen hinten so ein bisschen schwarz das sind eigentlich eigentlich sogar noch meine beine sind das sieht man ein bisschen ich habe dann schon offen hier so viel wird ansehen ah ja ich sehe es ja vor allem an die beine ja wenn man genau hin sieht sieht man es ja aber der sieht halt schon geil aus war das die er war direkt von starfield ja ja direkt dahinter war das mit den greed aber da habe ich von dem namen her kannte ich nur finesse und das war so gut tut jetzt nicht not ich würde wahrscheinlich ihnen und kuchen tv kuchen tv ansprechen ich würde wahrscheinlich von der messe fliegen ach du heilige scheiße also manchmal habe ich das gefühlt haben wir zerklüft welt ausgewählt ne 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 zerklüft ist noch viel schlimmer aber das ist teilweise schon so es sieht aus wie ein bisschen zerklüft so ein bisschen ähm und direkt dahinter war ein riesiger meh drescher das ist auf einmal jetzt das ding mäßig ich glaube ich weiß worauf das auswissen farming simulator ja und das interessante war okay cool ich kann er gehst du raus wasser faktor bist einfach teleportiert eine schatzkarte ja farming simulator es gibt nämlich eine e-sport liga für den farming simulator so mit der fach das macht ich weg das dachte mir sofort auf ich kann man in den bot rein es sieht so cute aus schatzkarte bin mal gespannt wie dies schatzkarte so sein wird ja genau deswegen keine luft mehr aber zwei smaragde und 15 naja nicht 15 eisen ich hatte 8 eisen ja immerhin etwas ich habe bis letztens bei mir ich glaube gold gefunden oder so also nein ich glaube ich habe gold gefunden oder so und die schatzkarte aber die gibt auf oder fast keine ahnung ich weiß nicht was ich mit der machen soll weil keine ahnung ich habe das gefühl schon alles ausgehöhlt und trotzdem ist es nicht zerstört dabei meine ganzen auch gott hätte der ist ja der fährt jetzt bitte mit aber das dings wird jetzt wahrscheinlich auf ein geiler gehen wenn ich nur wüsste wo ich hin muss ich habe keine ahnung verfolgt ich habe jetzt nicht aufgepasst wo du überhaupt hin willst was ich meine sicherlich ja hier geht mir halt darum dass ich mich erkenne wo ich hin muss was willst du überhaupt machen oder einfach nur kunden rausfinden eigentlich müsste müsste mir die karte anzeigen wo ich wo ich hinschaue was tut die karte nicht was willst du machen also die schatzkarte ja ja ach so ja doch müsste normalerweise kaputt die sperre sind so krass gut dass man mittlerweile schnell schwimmen kann ach wie das in minecraft aussieht der schwimm einen warte mal ist ich im inventar ok sehr gut ich hätte einfach nur keinen keinen im im Kriegbereich kann kein Slot mehr frei ja ich erkenne hier nicht wo ich hin muss Riesig teilweise seit wann gibt es Wasser Milonern in Minecraft schon ein bisschen länger kann ich ein neues Feld dann bauen Schnauze auch fuck wie kann man die wie kann man die tamen ich habe hier gerade ich habe gerade ein Ding ins gehört ähm Papagei ich hab da ist er fliegt genau zum Zombie hin aber es ist ein blauer den will ich nicht kannst du da schlafen direkt neben dir sind Zombies das ist neu ich habe keine Ahnung aber es hat funktioniert na oh ne ne ich will ich zwar nicht tamen aber ja besser ist das Kakao ey haha du weißt was Kakao lassen ich mache ich hier. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung, wie viel ich mitnehmen muss. Beziehungsweise wie viel Dschungelbäume ich mitnehmen muss. Oh Gott. Nee. Da ist der Creeper hinter mir. Wo bist du da hinten? Ich seh dich nicht mehr. Kurz mal aufs Handy geschaut und schon bist du weg. Das ist ein Creeper explodiert. Okay, ich seh dich. Der hat mir voll in den Arsch geschossen. So. Sind wir stehen geblieben? Ähm, ja. Farmy Simulator Liga. Ja, genau. Gibt es und dementsprechend... Also da war halt auch irgendein Turnier oder so. Etwas, was mich sehr, sehr stark gewundert hat. Fuck. Also, was soll man da machen? So schnell wie möglich pflügen oder was? Oder, oder, oder? Ich, keine Ahnung, ich habe es mir auch nicht mehr angeguckt, weil ich mir dachte so, nee, das gebe ich mir nicht. Aber es gab den Farmy Simulator 22 kostenlos. Kann man Minecraft auch mit dem Controller zocken? Ich glaube ja. Yes, yes, yes! Oh, Baby! Ja, oh! Mh! Bambus! Boah, das abbauen ist so geil. Das brrrt! Ja, richtig, richtig satisfying. Ich muss mal ganz kurz Bluetooth Geräte, Xbox Controller. Na komm! Hallo! Muss ich jetzt ernsthaft? Moment. Ich glaube, ich verliere jetzt gleich einen Gundalf. Tschüss. Ich werde entfernen. Ja, weil ich meinen Xbox Controller neu hinzufügen muss, weil ich den letztens am Handy benutzt habe. Mh! Verbindung wird hergestellt. Fertig, so. So, nein. Äh, so. Nö, man kann Minecraft nicht zocken mit dem Controller. Geil. Hm. Wundert mich eigentlich. So, jetzt frage ich mich, wo du bist. Ich weiß es auch nicht. Versteck sich jetzt irgendwo im Wald. Leute, da brennt gerade was ab. Vielleicht war ich das. Vielleicht war ich das nicht. Das war Lava. Vielleicht habe ich die Lava da hingesetzt. Ein ganzes Feld, alles klar. Ja. Einerhalb von paar Sekunden. Wanderung funktionieren, Kontrolle nicht. Das ist so toll. Nee, Xbox kann nicht drücken. Neu. Neu. Ich habe sie wieder gefunden. Mann, das ist so bescheuert, dass die Xbox, weil ansonsten, weil da hätte ich halt schnell... Hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal. Schnell weg. Ja, dann hör mal nicht. Ah, hier war das. Okay. Ja, das meine ich wie brennen. Da könnte man so ein schönes Baumhaus hin machen. Aber der Wald brennt gerade eh ab, also hey, fuck it. Warte mal, ähm. Hast du es eigentlich schon Bienen? Nee. 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 Ich habe gerade eine gesehen. Wie kann man die Bienenstöcke überhaupt abbauen? Ähm. Kann man machen, du kannst dir aber auch eigene bauen. Dafür musst du halt aus den Bienenstöcken, ähm. Ach nee, der wird mir wahrscheinlich nur verrecken. Egal, ich versuch's einfach. Natürlich nicht. Egal. Schade. Dann hättest du auch ein Hundi gehör. Egal. Ähm. Kann man eigentlich Hunde umpolen, dass quasi die nicht mehr einfolgen, sondern zum Beispiel dir folgen? Weil ich habe ja zwei mitgebracht. Nee. Schade. Zumindest nicht, äh, ein Vanilleroid. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Mod dafür gibt. Ähm. Dann suchst du immer noch die Schatzkarte, also den Schatz? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Ähm. Ich suche... Ah, hier. Okay, okay, okay. Ähm. Bisschen am Tab öffnen. Warte ich ein bisschen größer. So. Bisschen ranzoomen. So. Äh. Wo waren wir denn? Äh. Hä? Was willst du eigentlich machen? Ah, okay. Äh. Ich hab von der Kaktus den Lageplan, wo die ganzen Stände sind und so, äh, welche Stände da sind und so, äh, mir geöffnet. Damit ich, ähm, genau weiß, so, äh, was ich alles gemacht hab und so. Äh. Äh. Bla bla bla. Äh. Retro. 4. Pen & Paper. Ah, Pen & Paper Bereich gab's auch noch. Aber, ähm, der war, der war ziemlich klein. Das war ein kleiner Stand mit ein paar... Hast du Fisch? Das ist nämlich ein Ocelot. Ich bin den kreativ, also ein, ja, nein, hab ich nicht. Aber, ich greif nicht ein, weil, ja. Apropos Ocelot, ähm, wo ist mein Boot? Hast du nicht das mitgenommen? Ach, da steht es noch. Ach, Leute. Ich bin halt zufälligerweise tatsächlich hier rausgekommen, wo, ja. Neu. Ähm, ja. Und da waren drei, äh, drei Tische. Ich hätte tatsächlich sogar gerne mitgespielt, aber das war alles schon belegt. Ähm, da war Futter, das ist uninteressant. Ah, es gab auch einen Lasertag. Aber da, weil ich halt, äh, nicht mit irgendwelchen Randoms, äh, spielen wollte, bin ich halt nicht dazu gekommen, das, äh, zu machen. Boah, das nächste Mal, wenn es sowas gibt, dann müssten wir Lasertag spielen. Jo. Wenn ich dabei bin. Jo. Darauf hab ich Bock. Können wir machen. Weil ich hab Lasertag zuletzt gespielt vor, ich glaub, sechs, sieben Jahren oder so. Ich hab tatsächlich noch nie Lasertag gespielt. Das macht so Bock. Das macht so Bock. Das glaube ich, das glaube ich. Das ist halt, es ist halt einfach nur über Laser und, ja, du kriegst dann eine Benachrichtigung, wenn du getroffen wurdest. Mehr nicht. Hm, hm. Aber du läufst halt mit einer Lasertag-Waffe rum und das macht halt schon Bock. Ähm, da steht Continental BKK, aber das stimmt nicht ganz. Da war irgendwas anderes. Irgend so ein Knabberzeug war da. Ja, also da waren einige, die halt Werbung für sich gemacht haben und so Knabberzeug verkauft haben und so, äh, verschenkt haben. Ja, war okay. Ähm, bla 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 Cosplay. Panel Stage, äh, das war halt, ähm, ein Stage mit ziemlich kleinem, ähm, Publikumsbereich, wo halt, ähm, über unterschiedliche Sachen gesprochen wurden. Aber da bin ich meistens einfach nur vorbeigelaufen, weil, hat mich eh nicht interessiert. Also das einzige, was interessant war, dass Mairi Stritter, die, äh, das Gesicht von Orkenspalter-TVs, ein Pen & Paper-Kanal, dass die dann, ähm, einen Talk hatte, halt über Pen & Paper, über Sachen, die man, ähm, so, ne, machen kann, nicht machen sollte und so. Ähm, aber das kannte ich schon von ihren Videoformen, deswegen war das für mich so eher, ja, kann ich weitergehen. Das einzige, was ich halt gehört habe, ähm, als ich zu dem Zeitpunkt vorbei gegangen bin, dass sie gesagt hat, dass sie schon mit dabei war, als Pen & Paper Freundschaften zerstört hat. Was, lol? Ja. Weil irgendetwas passiert ist, ähm, und, äh, die Leute deswegen total im Streit waren und dann im Streit auseinandergegangen sind. Also, ganz ehrlich, wer bei sowas irgendwie die Freundschaft beendet, also, das, sorry, das waren keine echten Freundschaften. Wegen dem Pen & Paper, hallo? Ein Hobby, das eigentlich Spaß machen soll. Ja. Das ist so, also, weil ich, selbst wenn, und es kommt ein Zombie und der fällt runter. Ähm, ja, also selbst wenn, wenn man, wenn man da streitet, kann man ja ruhig mal machen, so, aber danach, nach dem Game sollte eigentlich alles wieder weg sein. Mhm. Weil es halt immer noch ein Spiel ist. Und, ähm, tatsächlich auf einem Discord-Server, also so einem Pen & Paper Discord-Server, hatte ich das erzählt gehabt gestern noch. Und, ähm, da hat jemand anders erzählt, äh, war Spielleiterin, glaube ich. Und, zwei Spieler waren Pärchen. Mhm. Sie hat, ähm, eine Elfe gespielt, eher ein Zwerg. Und sie war beleidigt, dass der Zwerg, als die in der Taverne schlafen gegangen sind, nicht mit in ihr Zimmer gekommen ist. What the fuck? Obwohl das halt, ähm, rein rollenspieltechnisch absolut Sinn ergibt, weil, äh, Elfen und Zwerge, die hassen sich. Die hassen sich aufs, aufs Tiefste. Ja. Und, ja, hat sich dann, ja, drüber, äh, beschwert gehabt, sodass, ähm, dass, äh, die sich halt nicht, ähm, ja. Also, das macht, also, sorry, das waren dann, also, wenn es wirklich dann die Freundschaft gekündigt hat, dann waren das keine Freundschaften. Dann waren das Bekanntschaften vielleicht. Mhm. Aber ganz ehrlich, so, wegen sowas irgendwie die Freundschaft so beenden, so ist so ein bisschen so. Ich mein, es ist, es ist, äh, es fühlt sich teilweise echt bitter an, wenn, ähm, plötzlich so, so gefühlt so ein Kumpel irgendwie, ja, äh, ich sag jetzt mal, ähm, einen so'n, 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 so'n Dolch in den Rücken rammt. Ähm, aber, das ist dann halt ein, einfach ein Spiel und, ja, so'n, 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 so'n bisschen rum, rumshakern, so, äh, danach kann man machen, so, keine Ahnung, ähm, wenn bei Dead by Daylight mich, äh, mich Leon auch killt, da hab ich auch keinen Bock, ihn im nächsten Game zu heilen, so. Aber. Es ist ein bisschen, weiß ich nicht, also, es ist Spaß, Punkt. Ja. Oh, die Recruiting Area war auch so'n bisschen cringe. Ähm. Ähm, ähm, äh, waren halt Unternehmen, die halt Werbung für sich gemacht haben, unter anderem DHL. Oh. Und die haben mit dem, was? Und die haben mit dem Slogan Werbung gemacht, sei der Main-Charakter und kein NPC. Da könnte ein Spruch von ApoRed sein. Ja. Ich dachte mir so, die sollten sich ApoRed nicht als Marketing, äh, ein Beispiel nehmen. Ich kann mir nur, ich kann mir nur vorstellen, wenn ApoRed irgendwie das Marketing, äh, Abteilung geleitet hat. Also. Ja, was ist denn? Vor allem DHL. Ah, keine Ahnung. Ah. 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 Ah, 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 ah. 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 Zehn Jahre später. Ah. 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 Ah, ich bin auf dem Boden. Ah. Weil ich will jetzt nicht riskieren, dass ich den D-Buff von denen bekomme und dann ins nächste Dorf, in das ich laufe, ähm, wenn ein Raid dann stattfindet. Ja, das wurde bei mir. Ähm. Dahinter ist die Freeplay-Area gewesen. Da standen halt Rechner rum. Ganz cool, konnte man drauf zocken, wenn einer frei war, da standen noch ein paar, äh, so, so, ähm, Couch, ja. So ein paar Sofas und, ähm, da liefen, waren unterschiedliche, so, so Konsolen-Spiele, Mario Kart und so weiter. Und auf den meisten, ähm, PCs, wenn du da geguckt hast, lief Fortnite. Weil ich dachte mir so, ich bin da, ich bin da nicht auf der, auf der Convention, um zu zocken, sondern um Leute zu treffen und so, um mir was anzugucken. Ich gehe mal weiter. Also ich bin, ich habe, wenn ich nicht wirklich, äh, hingegangen. Ähm. Aber wozu geht man auf eine Gaming-Messe und spielt dann Fortnite? Hm, vielleicht, weil da bessere Rechner sind oder so. Also, tatsächlich würde ich mir dann, also, weiß ich nicht, dass Fortnite so ein anspruchsvolles Game ist. Und jetzt ist keine Ahnung, Starfield, Cyberpunk oder Crysis. Ich, ich wollte gerade sagen, so Starfield wäre wahrscheinlich das einzige Spiel gewesen, von dem ich sage, so, jo, das hätte ich mir, äh, äh, das hätte ich dann angefangen, um halt wirklich, halt, aber auch mit, mit richtig geilen Monitoren, ums Fall. Also, die, äh, das Erquitten da war, glaub ich, ziemlich geil. Hm. Ähm. Ähm, Event-Stage. Da bin ich tatsächlich auf der Bühne gewesen. Hm. Ähm, also da waren halt unterschiedliche, unterschiedliche Sachen. Ein Dorf. Nice. Ähm. Da waren halt unterschiedliche Sachen so auf der Bühne. Ich will mal kurz gucken. Weed, Farms, Melonen, okay. Ähm. Ich will nur gucken, ob hier vielleicht, äh, äh, Rüben sind oder Rote Beete, oder wie das heißt. Es gibt Rote Beete? Äh, nee, 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 da sind, ähm, irgendwas anderes war das. Das war dann, also sieh so raussehen. Dachte ich mir, dachte ich mir schon, weil, also, würde mich nicht wundern, wenn das in Minecraft auch kommt. Oder wenn das schon drin ist. Cool, die haben da super Flaggen. Wow, eine Lederhose. Ein bayerisches Dorf. Apropos bayerisches, oh mein Gott, ja, wirst du Farmin Simulator ja vorhin gesagt hast und so, umwegen Streaming Game. Weil, hast du das auf Instagram gepostet schon? Ja, glaub ich schon, oder? Das ist ein Streaming Game, äh. Äh, nein, ähm, ich hatte das in einer Story drin. Instagram Story oder nur WhatsApp? Instagram Story. Okay. Ähm, darauf habe ich dann, darauf habe ich dann geschrieben, so. Alter, ganz ehrlich, das wäre echt ein geiles Streaming Game, aber diesmal mit bayerischer Volksmusik. Wegen Land und, ja, Farming und so ist er, steht er ein bisschen wie Bayern und so. Und, ja, kann auch darauf hin sein, so, nur wenn es Kevin macht. Und ich so, das kann nicht arrangieren. Ja, ja. 22 war alles, oder? Farming Simulator. Ja, ja. Das ist, glaube ich, nicht der neuesten, ne? Weiß ich nicht, ich habe einen 19, dann. Ah. Nein, 18, 17, 18, 19, glaube ich, 19, dann, glaube ich, habe ich. Nein, hier laufe ich nicht weiter. Weil, ich habe den damals geholt, weil zwei meine Arbeitskollegen absolute Fans vom Farming Simulator oder Landwirtschaftssimulator sind und so. Und die haben mich überredet, das Game zu holen, weil ich bin eigentlich kein so ein Fan von, von, von Farming Simulator. Ah, Physik. Ich bin gerade, ach so. Und ich bin eigentlich kein Fan von Farming Simulatoren, so. Aber die haben mich halt überredet, jetzt quasi das Game zu holen und so. Und ich so, ich habe da 60 Euro dafür ausgegeben, das für das Game. Weißt du, wie viele Spielstunden das ich habe? 20 Minuten. Ja, deswegen so, ja. Und zusätzlich auch ein Game, ganz kurz, Background Story. Auch ein Arbeitskollege, wir hatten damals die Switch gekauft und so, der so, holt ihr unbedingt Mario Kart 8. Unbedingt. Ich so, eigentlich wollte ich mir für das Geld, aber, oh, ähm, oh, ich soll ich schon, ähm, Zelda, äh, Zelda, äh, Zelda, was ist noch mal? Äh, wie hieß das denn, äh, so ein richtig bekannter Zelda-Teil für das Switch? Breath of the Wild? Breath of the Wild, genau. Äh, wollte ich mir holen. So, ähm, habe ich aber dafür dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ja, komm, weißt du was, dann zocken wir halt gemeinsam Mario Kart so. Wir haben das einmal gezockt und dann nie wieder. Und das waren meine einzigen beiden Games, wo ich wirklich so eine, ja, äh, als Geldverschwindung fand. So, weil Breath of the Wild wäre halt so geil gewesen, so, aber ich habe mich dagegen entschieden. So, bei, äh, bei dem Mediamarkt, wo ich war, da war nebeneinander, also war einmal, ähm, Mario Kart und dann Breath of the Wild, direkt nebeneinander, so. Und ich musste mich da entscheiden und beide Games waren gleich teuer. Ich glaube, 60, 80 Euro. So, und, alter. Im Moment vergesse ich nie wahrscheinlich. Das ist jetzt schon fünf Jahre her, sechs. Oh, na, fünf Jahre ist das ja. Oh, na, so, 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 sowas, ja, glaube ich. Dass man das nicht vergesst. Und jetzt habe ich halt die Switch eh verkauft und so, 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 deswegen. Ich habe momentan die Switch gerade hier so, aber ich kaufe mir jetzt kein Switch-Game, wenn ich keine Switch habe, so. Wenn sich der Alex, weil ich habe dem Alex verkauft, wenn ich die irgendwann mal an Alex, äh, wenn der Alex sich die irgendwann mal holt, das Game, dann selber zockt und dann keinen Bock mehr zu zocken, dann werde ich es wahrscheinlich auch mal neuen Spielstand zocken und so. Weil Alex und ich haben das halt so ausgemacht und so. Also, dass wenn ich mal Bock habe, den Nintendo Switch zu zocken und er halt quasi jetzt nicht zocken will und so, dass ich die Switch dabei kriege, so. Und bis jetzt habe ich die noch. Die habe ich jetzt auch schon seit zwei Monaten. Deswegen, ja gut. Die Switch ist so eine komische Konsole irgendwie so, finde ich so irgendwie. Weil es gibt nicht so geile Games irgendwie auf der Switch. Klar, ein paar schon, wie Zelda oder, oder theoretisch die Mario Kart Sachen, die generell die Mario Sachen so. Also, Pokémon. Ein Pokémon zum Beispiel, ja. Aber für mich persönlich ist halt so das. Ja. Naja. Ja, ist bei mir nicht anders. Weil ich bin halt auch kein Pokémon-Dude. Bei mir ist halt Digimon vorne mit dabei. Und vor allem mit den letzten beiden großen Digimon-Spielen, Digimon Survive und Cybersleuth, die ich gespielt habe. Also, es sind halt total geile Games, so. Kann ich mir vorstellen, ja. Aber jetzt nach... Wenn ich jetzt so nachdenke, ist, glaube ich, die Switch für mich auch so eine nicht gute Investition gewesen. Weil ich habe, glaube ich, 350 Euro für die Konsole gezahlt und habe die dann für 200 Euro im Alex verkauft. Ich glaube, da hättest du zum Beispiel... Also, wenn es damals gegeben hätte, zum gleichen Preis, wahrscheinlich eher die Steam Deck geholt. Ja, auf jeden Fall, ja. Apropos Steam Deck, ich hatte... Gibt es eine Bezeichnung für sowas wie Steam Deck und so? Handheld Gaming Konsole oder Handheld oder so halt. Hm. Aber ich hatte die Variante von MSI, hatte ich in der Hand. Ah, das... Nein, 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 nicht. Klau. Okay, ehrlich, das ist von... Klar, genau, ja. Also... Der Preis war schon happig. Aber das Bild hat... 1000 Euro. Ja, okay. Wenn man jetzt mal überlegt, was da für Hardware drin ist, man kriegt halt davon eigentlich ein Gaming-Laptop davon. Wollte in einen anderen Formfaktor. Naja. Aber ich muss sagen, das Bild sah schon geil aus. Ähm... Warte mal. Bin ich... Ist das... Ist das ein anderes Dorf oder bin ich schon wieder im Kreis gelaufen? Ne, das ist ein anderes Dorf. Ne, ist ein anderes Dorf. Ne, ist ein anderes, ja. Haben die nochmal Glück gehabt? Warte, die... Ich gucke gerade, haben die hier eine Kirche? Ne, das ist gut. Muss ich nichts niederfackeln. Du, da fackel ich nicht lange, ne? Wenn die nicht Pater Popov anbeten. Ach Gott. Ich schmeiß sogar die Dorfbewohner raus. Ne? Ja, weil der Dorfbewohner gerade rausging, währenddessen, dass du reingingst. Und so, dass du dazu ausgesehen hast, ob du sie dir rausgeschmissen hättest. Ja, was? Wow, ein Marek für zwei Reds. Das ist doch ein Staubach. Verpiss dich, alter. Genau das, äh, die Konsole. Äh? Ja, wegen der Story. Achso. Ähm, ja. Wegen Pülchen. Warum öffnest du dreimal die Tür? Weil der NPC, die man wieder dazu macht. Weil die Tür sich geil aus. Komm auf die Schnee. Das ist, äh, Akazientür. Hm. Also Brunnen wäre eigentlich bei uns noch was. Weil ich gerade die Brunnen sehe. Und so ein Eisenbohlen. Aber mit dem, mit dem Brunnen würde ich sagen, äh, wenn wir die Kirche gebaut haben, können wir vor der Kirche so eine Art Marktplatz oder Platz bauen und da den Brunnen. Oh, ja. Aber dann nicht so einen kleinen Publiken Brunnen, wie der gerade eben so, sondern schon richtig großen. So, so ein Vierer oder so. Hm. Wow, die Ausbeut. Ein Brot. Das ist ein Amesdorf. Hm. Ähm, warte, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, beim, ähm, bei, bei, bei Event Stage. Ähm, er Sonntag war auf der Event Stage langweilig, weil er hat irgendwelche Turnierfinalen, ähm, abgehalten wurden. Also, ja, okay. Ähm, aber am Samstag gab es zwar auch Turniere, ähm, die waren aber ein bisschen anders. Ähm, da konnten, konnten nämlich die Leute selber spielen. Hm. Und, unter anderem habe ich mich halt gemeldet für, das war eine Art, ähm, Bomberman, aber von Studenten gemacht. Weil er, weil du konntest halt auch unterschiedliche Charaktere, also Tiere auswählen, mit denen du halt gespielt hast und die hatten unterschiedliche Fähigkeiten und so. Hm. Ich hab da leider total abgelost, aber hey, dabei ist alles. Ha. Haltet ihr drauf? Ähm, ja. Ne, Katze im Wasser macht sehr viel Sinn. Noch ein Brot. Und noch ein Kompass. Brauchst ein Kompass? Theoretisch, ja, aber ich, nee. Also, das wäre dann Cheating. Also, ja, es war jetzt, äh, aus... Ach so, okay, na, dann ja, dann. Weil, wenn ich jetzt gerade ein Miet nehmen würde, so wäre ein bisschen, so ein bisschen eher so Cheating, weil, eigentlich sollte ich ja nicht hier sein. Ja, gut. Da ist noch eine kleine Hütte. War das damals eine Mod? Ja, das war eine Mod damals. Wo man quasi so Wegpunkte sich, ähm, wie in The Forest. Na, du, gab's in The Forest? Im normalen ersten Teil eigentlich so Wegpunkte? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Ähm, sowas. Äh, ja, das war eine Mod. Also, bei Minecraft. Hm. Ganz kurz, Themawechsel, ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, wegen Mod und Games und so. Ich habe ja vor mir, GTA 6 zu holen. Mhm. Und ich habe mir vorher einen Blu-ray-Player zu holen. Ich streiche das mit dem Blu-ray-Player. Ich nehme die PS6 als, äh, PS6, PS5 als Blu-ray-Player. Weil, die tut's auch. Das ist, äh, das Laufwerk schafft alle Blu-ray-Sachen so. Und dann hätte ich theoretisch zwei Blu-ray-Player. Und so, und dann nehme ich halt gleich meine PS5 her. Ja, deswegen habe ich mir ja keinen Blu-ray-Player gekauft, weil ich die PS3 habe. Mhm. Nur die PS4 und PS3, die können halt nur bis zu 1080p, glaube ich, Blu-ray-Sachen abspielen. Deswegen so. Reicht für mich aus, weil mein Fernseher eh nicht eine höhere Auflösung hat. Ach so, ich dachte, so ist das mittlerweile auch ein 4K-Fernseher. Äh, wozu? Es sieht, äh, vor allem bei 40 Zeugs sieht das Bild sowas von gestochen scharf aus. Ey, das liegt daran, weil meine Handy-Kamera so im Vergleich schlecht ist. Pff. Aber vom Fernsehertyp würde ich nicht mehr drunter gehen. Vor allem bei größere Fernseher. Also 40 Zoll ist noch okay, aber ab 50 Zoll würde ich niemals Full-HD gehen. Weil da hast du einfach nur noch Pixel vor dir. Oh, auf der Arbeit haben wir, ich weiß nicht, wie viel Zoll das ist. Das ist, äh, du kannst mich, also auf, auf, die untere Kante kannst du mich dreimal nebeneinander, äh, übereinander legen. Es ist ein Fernseher oder Beamer? Fernseher. Beziehungsweise es ist ein Fernseher, das aus, äh, sechs Fernsehern besteht. Rand, randlos. Oh, und noch ein Dorf. Ähm, und besteht aus, aus, ähm, sechs Fernsehern und die sechs Fernseher bestehen jeweils auch nochmal aus sechs Paneelen. Das heißt, wenn du da irgendwo einen Pixelfehler hast, kannst du so ein Paneel austauschen, ohne gleich den kompletten Fernseher austauschen zu müssen. Ich kenn die Dinge. Funfact, Lukas hat davon einen. Achso, nicht einen Fernseher, sondern so Panels davon. Ich glaub, sechs Stück oder so. Aber ich denke mal, dass die kaputt sind, weil warum schmeißt man sowas weg? Aber das ist halt das Geile an solchen Fernsehertypen, so dann, ja okay, wenn das einfach mal, keine Ahnung, mal der Pixelfehler hat oder irgendwas ausfüllt, dann ganz einfach das Modul tauschen, fertig. Guck mal, äh, guck mal in die Truhe rein. Ich schwör's, ich hab das nicht reingelegt. Warum? Ich weiß es nicht, mehr war da nicht drin. Einstein. Alter. Aber wie groß muss die Halle dann sein, wo der Fernseher dann drin ist? Ich hab da Konferenzraum. Frag mich nicht, wofür ich die ganzen Glocken mitnehme. Aber ich spiel gerne meinen Glocken. Äh, Physik, Wasser, Physik geil. Ja, 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 ich, ich ignoriere's schon. Ei. Es ist teilweise auch so mit Sand, wenn man in Höhlen geht. Drei Smaragd für eine pinke Lederhose. Hä? Die Logik. Was ist das? Also ich glaub, das hab ich schon. Mann, Alter, ich würd gerne... Mann, schade, dass die Mod nur für 1.16 noch was gibt. 1.16.4, glaub ich. Welche meinst du? FPV-Mod. Ach so. Weil dann könnte ich dir einfach so chillig hinterherfliegen und das würde so geil aussehen, aber... Ja, was willst du machen, wenn's die Mod nicht für das gibt? Was würde eigentlich passieren, wenn ich die Mod instillen würde? Einfach nichts, oder? Äh, ich weiß... A, weiß ich nicht, ob du auf den Server kommen könntest. Ähm... Ach fuck, hier ist kein Bett. Verpiss dich, ich will schlafen. Was zum Geier. Oh Gott, Alter. Stell dir das mal ein Echt vor, so. Jemand kommt in dein Zimmer rein, schmerzt dich aus dem Bett und legt sich selbst da hin. Das ist ein schlimmer als GTA, Alter. Best, ich will schlafen. Originaler Glampe Pfeiffer. So, ich erreiche ich schon. Oh! Hätte ich meinen Greenscreen fast umgeschmissen, Alter. Heilige Scheiße. Was machen Sachen? Ja, was machen Sachen? Soll ich mit dem Stuhl nach hinten gerutscht bin und gegen das Bein vom Greenscreen gekommen bin. Hm? Ah, bis jetzt ist nicht viel. Hm? Ja, in... Von der Ausbeutung, ja. Es geht sechs Maragde. Ja. Hm. Ah. Sex Maragde, ich habe den Bambus, ich habe Melon. Stimmt, den Bambus hast du nur noch, ja, ja. Ja, Kakao. 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 Hm. Hat sich für die Rückfahrt gelohnt, da konnte ich es mir ein bisschen bequemer machen. Da brennt es wieder. Ähm. Was gab es da noch für Turniere? Irgend so ein Beatslayer, heißt das Spiel. Das ist so ein Rhythmusspiel gewesen. Ah, okay. Ja, da wollte ich, also, ich habe so das Gefühl, so nach Hy-Fee Rush wollen voll viele Leute irgendwie so, so ein Hack-N-Slay-Action-Adventure-Rhythmusspiel machen, so. Ob vielleicht, hm. Was war einer der ersten Rhythmus-Games? Wie lange existiert Beat Saber eigentlich schon? Hm. Das wird nicht das erste, da, Guitar Hero zum Beispiel ist älter. Oh, ja, stimmt, ja. Gibt es eigentlich eine Konkurrenz zu Beat Saber? Im VR-Bereich? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Genau das ist, was ich mir auch schon überlegt habe. Es gibt nur Beat Saber eigentlich. Dass es bis jetzt nichts anderes gibt in dem VR-Bereich. Apropos VR, ich werde mir keine Valve-Index holen. Ich werde mir wahrscheinlich die, ähm, Meta-Quest 3 holen. Weil, die ist halt am besten preis-leistungstechnisch so. Klar, hat die jetzt auch nicht so geile Auflösung, bla, so. Aber das Overall-Dings, das ist halt, ja. Pff. Das schaut ihr die ganze Zeit zu. Keine Ahnung, ich glaube, ich brauche eine, ähm, Karotte dafür. Hm. Alter, was ist das für eine Höhle, Alter? Das ist eine... Ich sag nichts. Da ist eine Mine. Und Eisen. Hä? Wo? Ach, da. Ja, kannst du sehen. Dachte ich mir schon, bevor ich dich gespoilert habe. Aber nein, konntest du sehen. Du meinst, da war die Kohle, ne? Ja. Alter. Aua. Die Mine, zum ersten Mal sehe ich in Minecraft die Mine hier, in dieser Welt. Na, ich wollte schon sagen. Was? Ich wollte dich nicht spoilern. Zumindest einen Blick reinwerfen. Wenig viele Fackeln. Oh Gott. Und... Okay, dann nehme ich auf. Hast du... Ist dein Inventar voll? Ja. Und deswegen? Also würde mein Inventar nicht voll sein. Oh, du kleine Hure. Ah, es geht weiter. Es macht mir gerade irgendwie Bock dir zuzuschauen, Minecraft zu zocken, weil es fühlt sich so an, als ob man irgendwie im Film schaut. Und ein bisschen so Kameramann spielt und trotzdem irgendwie im Film dabei ist. Es macht irgendwie voll Bock. Ist mal eine Abwechslung, weil normalerweise zocke ich ja selber immer normal Minecraft, so wie du jetzt gerade so arbeitest. Hm. Ein bisschen, als würde man in Diana Jones gucken. Oder lass ich mal hängen. Hm. Musik passt gerade so gar nicht dazu. Meine auch nicht. Ich habe gerade so so dubstep-pustig. Er ist halt meine Standard-Planlist. Ach Gott, wie riesig ist die Mine? Das ist noch gar nicht, glaubt mir. Ich habe da schon Schlimmeres gesehen. Das ist die erste Höhle. Oder Mine. Hm. Da müsstest du mal, ähm, mal eines letzten Play gucken. Minami Lane. Ähm. Das ist so ein, so ein, ja, so ein cozy Game, sage ich mal. Hm. Da nicht, da lang. Toll. Ich denk fest. Ähm. Was kann man spinnenweben eigentlich alles noch nutzen? Raus kriegst du ja Faden und, ähm, warum gehst du eigentlich zurück? Dass ich dich nicht störe, wenn, äh, wenn ich nicht irgendwie, ja. Danke. Wenn ich vor dir stehen würde, dann, ja. Ja, würde ich uns nichts hauen. Nein, zum einen des und zum anderen, ähm, wegen, dass du langsamer wirst. Loil. Achso, das ist der Eingang. Ich dachte, du bist das schon. Oh, wie groß das ist. Ähm. Weißt du, praktisch, die sind kreativ. Ich brauche nicht darauf gehen. Na ja, Kleinigkeit. War noch irgendwas bei der, äh, Kaktus? Äh, ja, warte mal. Ich bin Stage, warte mal, Nummer 9. Ah, MSI. Ja, da habe ich halt den Drachen her. Gab's da irgendwas Besonderes? Na, wie gesagt, die Claw konnte man sich, ähm, konnte man anfassen. Aber anfassen, ähm. Nö, nicht, nicht, dass mir das, äh, nicht immer, nicht, dass mir da was aufgefallen wäre. Würdest du dir jetzt so eine Konsole holt? So wie die Claw oder Steam Deck oder so? Ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde für mich. Weil so, also, wenn ich wüsste, dass ich jetzt jeden Monat auf einer Convention bin und ich weiß, so, hey, ich bin vier Stunden irgendwo unterwegs oder so, ja, dann vielleicht. Ähm, aber ansonsten lohnt sich das halt nicht. Was hast du für ein Laptop? Also, wie alt und wie gut ist der Laptop? Weil vielleicht als Laptop-Ersatz, weil die Konsolen kann man ja auch als Laptop hernehmen. 2015. Windows 10. Weil vielleicht, wenn du dir einen neuen Laptop mal vielleicht holst, anstatt einen Laptop, ist das so eine Konsole, weil du kannst halt alles machen auf der Konsole, was halt Windows bietet, so wie ein Laptop halt. Gibt es, äh, Tastaturen dafür? Also zum einen eine Touchscreen-Tastatur oder halt, ja, natürlich, du kannst ein USB-Dings anstecken und dann kannst du entweder eine normale Gaming-Tastatur anstecken oder halt, ähm, Plüttelstastatur. Ich habe es doch gar nicht hier. Oh, so eine Silikon-Tastatur, die man zusammenrollen kann. Oh Gott, da hatte ich auch mal welche. So wie in den 90er-Jahren-Hacker-Filmen, wo die dann das ausgerollt haben und dann angefangen haben, dann irgendwas zu hacken. Gott, das war eine wasserdichte Tastatur, Alter. Aber ich sage es mal so, die kannst du wenigstens, ähm, zusammenrollen. Ist dann, ist dann platzsparender und, äh, ne? Mhm. Toll. Ja, aber es gibt jetzt mittlerweile faltbare Tastaturen. Pff, nee, das, nee, das wäre nicht das gleiche Feeling. Toll. Ähm, ja, ich weiß nicht, also so, wie häufig, wie häufig benutze ich, also, das ist halt so, ich denke mir, wie häufig, äh, brauche ich sowas und einfach fast gar nicht so gefühlt. Ja, geht mir aber genauso eigentlich so. Auch mit Laptops, so, wann ich mein Laptop so richtig benutzt habe, ist, bevor das ich umgebaut habe bei mir, ähm, in meinem Bastelzimmer. Da habe ich ja beim Laptop zu einer Aufnahme, erst Aufnahmerechner hergenommen, so, aber so richtig als Laptop habe ich mein Laptop so, wann habe ich den zuletzt benutzt? Ich glaube, vor zwei Jahren oder so, vor einem Jahr. Ich hatte, ich hatte überlegt gehabt, äh, überlegt gehabt, ob ich, ähm, halt auch mal mein Notebook mitnehme fürs Hotel und so, aber das war so, hey, ich bin ins Hotel gekommen, ich habe mir auf, äh, auf, auf dem Smartphone da mit YouTube angemacht, kurz ein Video, ein, oder ein, zwei, oder zwei angeschaut, äh, habe mich dann umgedreht, habe gepennt. Hm. So, wirklich gelohnt, hätte sich das, äh, hätte sich das mitnehmen. Ich hatte ein Buch dabei und selbst das habe ich nicht mehr angefasst. So, fürs, fürs, ähm, fürs, ähm, fürs im Bus sitzen oder im Zug, hat er dann auch so, so, ja. Ja, also wenn ich für längere Fahrten mache, also ich schaue meistens immer aus dem Fenster raus. Oh. Alter. Weil, ich schaue halt beim Bus fahren immer meistens aus dem Fenster raus und, und es, es macht einfach, es ist so satisfying irgendwie. Ja. Und es ist so, dass, so, deswegen nicht meistens Kopfhörer drin, ein bisschen Musik hören und einfach aus dem Bus rausschauen oder Zug oder was, weiß ich. Also, wenn ich ins Fenster, äh, Fenster sitze habe, wenn ich dann, ja. Dann schaue ich den Typen die ganze Zeit an, wenn es so ein Stranger. Also, wann sich das vielleicht lohnen könnte, wäre, wenn, ähm, wenn es in Richtung, äh, wenn ich denn, ähm, weil ich will ja nach Japan fliegen und, ähm, ja. Also, der Flug würde 13 Stunden gehen, mindestens, und für die Zeit würde, ganz ehrlich, da lade ich mir halt auch, keine Ahnung, ein, zwei Filme runter, schnapp mir ein Buch und, und gönn mir das halt, so. Ja, vor allem viel Platz hat man ja da auch nicht, so, so, deswegen so gut. Und es, fliegst jetzt, keine Ahnung, Business-Klasse, so, so, so. Und, ähm, es gibt nicht viele Spiele, die ich spielen könnte, weil ich halt so Maus- und, äh, Maus- und Tastatur-Mensch bin. Ja, me too. Also, ich hab gerade mal, ich hab drei, vier Games und das sind alles so typische Mobile-Games und so, ich hatte schon Minecraft Pocket Edition auf dem Handy drauf, ich hatte schon, oder ich hab immer noch Need for Speed Most Wanted drauf, so. Noch ein Dorf. Lol. Aber, ansonsten, ich bin absolut nicht der Mobile-Gamer. GTA San Andreas hab ich noch auf dem Handy drauf. Ja, also, was ich halt, ähm, zum Beispiel sowas wie Lego Marvel Super Heroes oder so, ähm, das hatte ich ja, ähm, dann so gezockt, dass ich meinen mittleren Bildschirm auf, ähm, auf dem Fernseher halt auch übertragen habe, beziehungsweise, äh, halt, äh, über Windows duplizieren. Ähm, dann konnte ich halt dann, äh, mit, mit dem USB, äh, mit dem Controller halt dann von, von der Couch aus zocken. So, und das wäre dann so ein Spiel, das könnte ich auch ohne Maus und Tastatur spielen. Uh, 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 nice. Obwohl, man kann aber auch am Handy Maus und Tastatur anstecken. Das geht. Ja, ich weiß. Ob das für Sinn macht, weiß ich nicht. Ja, scheiße. Aber was ich dafür praktisch finde, ist die Microsoft Surface Geräte. So, weil man hat ein Tablet, aber im Windows rechnen ein und man kann die Tastatur und Maus, äh, Trackpad mit anstecken. So quasi, man hat so ein Laptop-Tablet-Hybrid. Deswegen so, Verlag, ich, ich, ne, Dorfbewohner, ich bin nicht da. Äh, ach, guten Tag. Ähm, wo war ich denn geblieben? Genau, es ist so Hybrid-Dinge, was in meinem letzten, meinem nächsten Laptop-Dings sein wird. Gott, ich weiß es selber noch nicht. Auf jeden Fall nix irgendwie so absolut RGB plus, äh, keine Ahnung, Gaming-Laptop, so, ist nicht mein Style. Also, meins erst ist so die, ähm, Lenovo Think Center, die Dinger so, oder die, ähm, Dell, äh, die, auch Gott, wie heißen die nochmal, den Dell Inspiron, also mein jetziger Gaming-Laptop, ist ja eigentlich ein normaler Laptop, so, sieht aus wie ein ganz normaler Laptop, nur die Tastatur ist halt weiß, beleuchtet mir nicht. Ähm, und der hat halt verdammt nochmal, vor allem für damalige Verhältnisse, viel Power, den GTX 960 und den i7-6700, irgendwas. Plus 16 Gigabyte RAM, so, so, das Ding wird dabei ausgeliefert, so, und sieht halt aus wie ein Laptop und nicht wie ein so ein RGB-Laptop plus. Hm. Oh, da stimmt's, genau. Ich, ich weiß nicht, ob mein nächster Laptop ein Windows-Rechner sein wird. Ah. Ich denke mal... Nee, 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 sprich nicht weiter, ich will's nicht hören. Nee, nee, nee. Einfach nur... Nee, nee. Weil... Nee. Nee, ich will's nicht, ich will's nicht. Nee. Ich will mir, ich will mir ein Blackberry holen. Ein Blackberry-Laptop. Gibt's überhaupt Blackberry-Laptops? Oder ein Linux. Ich, ich hab ja nicht gesagt, was... Ja. Aber, nee, wenn dann... Linux-Laptop zu holen bedeutet, äh, du kaufst den Windows-Laptop und... Yes, Baby, Alter. Was ist das? Ähm, das, was ich meinte, diese, diese, äh, andere Zeug. Was kann ich denn wegschmeißen? Ja, weg damit. Hier. Das ist das rote Beete. Tatsächlich rote Beete. Lol. Aber ich werb, also... Als Laptop, weil ich zocke ja nicht auf dem Laptop, so. Deswegen, mein jetziger Arbeitslaptop ist ja auch nur ein normaler Arbeitslaptop mit interner Intel-HD-Grafik und bla so. Und deswegen, für mich als Laptop-User lohnt sich halt einfach ein Macbook schon. Weil die Akkulaufzeit ist halt... Kein Windows-Laptop kriegt das in die Akkulaufzeit vom Macbook. Aber... Und ich brauch keine Gaming-Leistung so. Ich brauch nur vielleicht Office-Zeugs und halt vielleicht einen Browser. Ja. Aber, dann eine Frage. Wie häufig kommst du in diese Situation, dass du wirklich diese lange Akkulaufzeit brauchst? Wenn ich zum Beispiel irgendwo zum Beispiel zu der Natsche hinfahre oder was weiß ich und nicht die ganze Zeit das Ladegerät dabei haben will. So. Und deswegen so, weil es ist ja quasi die Macbooks, die kann man ja quasi sehen wie Handys und so. Und es ist so, deswegen auf Nacht kurz mal Handy aufladen oder Laptop aufladen und das war's und so. Und dann kannst du über den Tag quasi die Akku einfach die ganze Zeit über den Akku benutzen, so. Und das ist, was mich bis jetzt an derzeitigen Windows-Laptops aufregt und so, weil, wie gesagt, ich bin ein absoluter Windows-Typ und so. Aber halt im Laptop-Bereich, wo ich halt vielleicht ein bisschen Video bearbeiten tue, da kann ich dann auch bei der Way das Final Cut oder wie das heißt mal benutzen, so. Und dafür reicht ja der M3, glaube ich, auch was, was jetzt der aktuelle SD ist und so. Ja, okay, okay, da würde ich schon eher sehen, so, ja, okay, wenn du damit dann noch Video Bearbeitung machst. Okay, ja. Nein, 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 nein. Aber, und vor allem, denke ich, so meine Laptops, mein jetziger Laptop, der ist von, ja, 2013-14, glaube ich. So, also Laptops sollen bei mir schon ewig halten, so. Und deswegen, denke ich mal, ist ein MacBook auch eine gute Alternative, einfach nur wegen Software, weil er Software lang hält. Und bei Windows ist es halt so gut, wie das... Was ist das? Oh, da ist eine Trühe! Jaaaa, ich habe keinen Platz im Inventor. Die Backpack-Mods wäre praktisch, ne? Jaaaa... Soll ich die Backpack-Mods spielen? Ne, 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 das kriege ich schon hin. Was haben wir hier? Fluch des Verschwindens? Was bedeutet denn das? Keine Ahnung, lass ich weg. Wo brauche ich wirklich irgendetwas? Goldschaufel. Goldschwert, Goldhake, Goldstiefel. Was hast du für jetzige Rüstung? Eisen. Eisen, ja. Ne, ich brauche hier gar nicht, dass... Ich überlege, irgendwie zum Ausstellen oder so, aber... Feuerkugel... Feuerkugel? Brauche ich eine... Wo braucht man Feuerkugeln? Keine Ahnung. Ah, fuck it! Vielleicht das Abwehr? Jaaaa... Wo ich gerade die ganzen Hühner sehe. Ah! Äh, fuck, wo war ich denn wegen... Macbook irgendwas? Ähm... Akkulaufzeit... 7... Ich habe eigentlich nicht alles. 5, 0. Ja, und Softwarestabilität. Genau, weil... Weil Microsoft am Moment ein bisschen durchdreht, so. Mit Windows 11 und mit den Mindestvoraussetzungen und so. Wo ich mir denke... Mein Zweitrechner ist ein 16-Kern oder 8-Kern-Ryzen-CPU. Und der wird nicht von Windows 11 nativ unterstützt. Wo ich mir denke, what the fuck? Wie krass soll der Hardware noch sein? Übrigens mein i5 9600. Der wird von Windows 11 unterstützt. Von welchem Jahr ist der überhaupt? So... 2020, 2019. Ah, das ist der Ryzen 7 von 2017. Ah. So, aber deswegen so... Ist ja vor allem im Laptop-Bereich Windows jetzt... War eine gute Alternative, weil man halt einfach... Windows 7, Windows 8, Windows 8 1, Windows 10, Windows 11... Also, von Windows 10 zu Windows 11... Ist halt ein bisschen so fragwürdig, was halt jetzt die Zukunft noch sagt so zu Windows. Und deswegen so... Und bei Apple weiß man wenigstens so... Die Laptops sind so und so lange unterstützt und fertig so. Es gibt ja jetzt immer noch MacBooks, wo noch im Umlauf sind so, wo vom Jahr 2012 sind so. Mhm. Und deswegen so... Ja, es ist einfach so gut. Vor allem, wenn ich halt... Weil ich halt nicht zocke auf dem Laptop. So, deswegen brauche ich keinen Gaming-Laptop. OBS kann ich auch auf dem Laptop installieren. Es gibt auch für macOS quasi OBS. Ich kann davon auch zum Beispiel Lagerfeuer-Streams machen, ohne dass ich ein Ladegerät zum Beispiel dabei haben muss. So, deswegen so... Und zusätzlich habe ich noch nie mit macOS gearbeitet. Noch nie. Deswegen so meine Abwechslung zu Microsoft oder Linux ist schon ein bisschen... Mal... Mal was anders. Oh, wie du wuffelst. Ich habe ja leider keine Knochen dabei. Aua. Warte, ich fall noch ein paar Mal runter. Vielleicht guckt mir dann Knochen raus. Du musst deinen eigenen Knochen, ja. Heeeey! Wenn es weiter so geht, hätte ich die Goldstiefel mitnehmen können. Warum hast du eigentlich so eine Abwechslung mit Apple rechnen? Andere Richtung. Da hinten ist das Tor, wo wir gerade waren. Wo ich gerade war. Achso. Auch auf der Arbeit. Ach so, wie im Thema IT-Bereich. So deswegen. Also nicht so Konsumentenbereich, sondern eher in dem IT-A. Ja. Ja. Wobei tatsächlich, muss ich mittlerweile sagen, habe ich durch meine neue Arbeit gelernt, dass im Mobile-Bereich zumindest, was Business betrifft, iPhone einen extremen Vorteil hat. Weil? Weil du über Apple quasi das steuern kannst und du kriegst ein Hard-Branding quasi aufs Gerät von Fabrik aus. Was bedeutet, wenn du sagst, das Gerät ist gesperrt, ist es gesperrt für ein Leben lang. Mhm. Das ist natürlich auch so Fluch und Segen zugleich von Apple generell so. Mit dem iCloud-Log. So, dass das halt... Das ist nicht, dass das... Nein. Nein. Das ist... Wenn es sich anmeldet, das Gerät, kommuniziert es mit dem Apple-Server und wenn der Apple-Server sagt, nö, du bist geklaut... Ja, genau. Das ist der iCloud-Log. Genau das, was du gerade sagst, ist die iCloud-Sperre beziehungsweise gestohlen gemeldet und so. Mhm. Das ist teilweise auch ein extremst großer Vorteil so zu Apple-Geräten so oder iPhone so. Ähm, weil du kannst halt... Also, du bist dir sicher so, dass das Gerät nicht mehr so weiterverkauft werden kann, als man es genutzt hat, so. Und selbst als Ersatzteile kann man es ja, und das ist der Fluch davon, du kannst es nicht einmal als Ersatzteillager hernehmen, so. Mhm. Weil jedes einzelne Teil, ähm, Komponenten im Handy quasi mit der Seriennummer hinterlegt ist und der Prozessor quasi mit dem kommuniziert, so, ob die Seriennummer zusammenpasst oder nicht. Und das ist der Fluch, so. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast jetzt ein iPhone, äh, dir gebraucht gekauft, das hat ein Dispares, so. Oh! Oh! Und dann kaufe ich mir jetzt zum Beispiel ein Dispares dafür, so. Weil, ey, ich kann Dispares, äh, ich kann Handys reparieren theoretisch, so. Okay, gut. Ich baue das Display ein, obwohl das Original von Apple kommt zum Beispiel mal, weil vom anderen iPhone, wo zum Beispiel Wasserschaden hat oder so. Oder, nicht, Wasserschaden ist blöd, aber, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, Rückseite kaputt oder was weiß ich und so. Mhm. Und ich baue das originale Display in das andere iPhone rein, jetzt trotzdem als nicht, äh, ident-, äh, also als nicht, äh, Apple-Display anerkannt. Weil die Seriennummer halt eine andere ist. Mhm. Vor dem Display. Und deswegen ist das gleiche bei der Kamera, beim Akku und so weiter. Und das ist der Fluch dabei, so. Was mich halt am meisten stört, ist beim iPhone so, wenn ich jetzt mal irgendwann mal das Handy länger habe und so, dass halt, wenn der Akku schlapp macht und so, weil Akkus machen nun mal schlapp nach, nach ein paar Jahren. Mhm. So, und wenn ich den tauschen würde, würde ich halt Features verlieren. Und das ist so dumm. Mhm. Aussicht das von Apple reparieren, da natürlich nicht, aber das kostet natürlich deutlich mehr. Ja. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Aber wie waren das nochmal mit den Dingern hier? Konnte, konnte ich die? Ja, die konnte ich anpflanzen. Toll. Das waren noch die, die komischen Bärenbusch-Dings. Ja, die, die Schaden machen. Da habe ich einen Clip davon noch. Verpickter Bärenbusch, Mann. Und die wie so, Gandalf beim One Night Stand. Echt, ich erinnere mich gar nicht mehr daran. Ich muss den Clip dir dann nochmal zeigen, Alter, der war so legendär. Na, du hast gesagt, verfügter Bärenbusch, Mann. Ich zünde dich gleich an. Und der Raum wie so, Gandalf beim One Night Stand. Ja, das könnte Divi sein. Ja, das könnte Divi sein. Ja, ja, das stimmt. Ach, Mann. Irgendwann wieder mit Divi zusammenzocken. Und dann kommt Divi auf den Server drauf und schon ist die Kirche erstellt und Blasen. Und Divi fühlt sich direkt wohl. Hahahaha. Braucht nur noch seine Untergrundbasis. Hm. Was ist denn das eigentlich? Die, die Cobblestone so. Ruinen mäßig. So, ja. Überreste quasi. Hm. Sieht cool aus. Weil die ist ja überall verstreut sich gerade. Hm, hm. Das habe ich noch nie gesehen. Nein? Schon ein bisschen älter. Ja, zuletzt, wo wir Minecraft gezockt haben. Da habe ich zuletzt gezockt. Und das hat nur in dem Bereich, wo wir halt die Basis errichtet haben. Wie soll ich jetzt runterkommen? Warte, ich habe doch einen Eimer. Ja, ich habe einen Eimer dabei. Hat ich irgendwo in einem Dorf gefunden? Ich brauche nur noch Wasser. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, wenn ich einen Weg nach... Wollte ich sagen. Wahrscheinlich, wenn ich einen Weg nach unten... Äh, bevor ich einen Weg... Äh, bevor ich Wasser finde, finde ich eher einen Weg nach unten. Warte, hier. Alter, das sieht jetzt aus wie ein 2D-Game gerade. So ein Jump'n'Run-Game. Ich freue mich jetzt nicht mehr. Also, Dreamhack. Wo war ich stehen geblieben? Warte mal. Dreamhack? Äh... Haktos. Ja, die Dreamhack hat immer noch einen Heimvorteil bei mir. Mh, ja. Mh, warte mal 10. GameStar. Ach, stimmt. GameStar GamePro und Mine MMO. Die hatten auch eine Bühne gehabt, wo die halt auch unterschiedliche Talks hatten. Da war auch Funk Royale. Ähm, mit dem ich dann ein Foto gemacht habe, tatsächlich. Ich habe mich kurz mit ihm auch gequatscht gehabt. Ich hatte ja... Mist, ich hätte das holen sollen. Ähm... Er hat so ein Creator-Ticket um den Hals. Mhm. Und dann hat sich das angeguckt, so na... Ich muss mir mal angucken, so wie heißt denn die, äh, die große, schöne Konkurrenz. Hat er drauf geguckt. Aha, Game... Wer guckt da so? Gaming Gun... Ach! Dich, äh... Dich kenne ich doch... Ich war eigentlich die ganze Zeit vollkommen gechillt, ne? Vollkommen gechillt. Und auf einmal... Ach, Dich kenne ich doch. Ich bin auf einmal so richtig... Ich glaube, ich bin kreidebleich geworden. Und das war dann wirklich so, 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 so... Oh mein Gott, was? So richtig... Woher? Durch Twitter, oder was? Er meinte, er hätte mich wohl irgendwo mal auf Twitter, äh, wohl gesehen, so. Dass irgendwer mal, äh, ein Tweet... Also, irgendwer, den erfolgt, hat ein Tweet von mir geliked. Und deswegen werde ich ihm wohl, ähm, in der Timeline reingespült. Ach lol. Haha. Weil ich überleg... Ich hab versucht so zu überlegen, so... Wer denn so... So im Endeffekt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass ich vielleicht mal auf einen Tweet von Kapuzenwurm oder von Tobi, ähm, mal geantwortet habe. Und, ähm, die dann halt das, äh, das dann halt meine Antwort geliked haben. Mhm. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ach, der Geräusche von Spinnen, ich hasse die. Ähm... Ja, und dann... Aber das war sowieso so genial, weil, ähm, als der Talk war, das war am Sonntag. Und er hat ja erzählt gehabt, dass am Sonntag Uma gestreamt hat. Und ich bin ja eigentlich mitgelaufen. Mhm. Ich hab gesehen so, okay, wir waren gerade vor dieser Bühne. Ich hab gesehen, Funk verlässt die Bühne. Ich einfach weg gewesen. So. Hab den Stream einfach so verlassen, sozusagen. Ähm, dann hatte ich halt per... Dann hab ich halt nach denen gesucht und per Zufall dann, ähm, Vera. Also, sie heißt auf Twitch, äh, Prima La Vera ist Sängerin, Zockerin... Sag mir was, der Name sogar. Ja, vielleicht... Vielleicht mal irgendwie von, von... Ähm... Ich weiß, ob du meine Storys gesehen hast, vielleicht darüber. Das kann sein, ja. Ja, hab halt ein Foto mit ihr dann zusammen gemacht, hab sie halt, äh, ähm, ja. Ähm... Aber dass Frank so, so random Leute küsst, so... Es ist schon... Das hat er, das hat er bei allen, also hat er zur Begrüßung eine Umarmung und, äh, so meine Fotos so... Wobei bei den Frauen hat das eher mehr angedeutet, hab ich, äh, das Gefühl gehabt. Ähm... Freeplay, Samsung hatten wir... Ne, Samsung hatten wir nicht, ne? Sammlung hatte einen eigenen Stand gehabt. Wurde ich gerade sagen. Ähm... Mit... Ich glaub, die haben irgendwie ihr Handy, ähm, weil das hieß, äh, Samsung AI. Ja, und vor allem die Dose, also dieses Gefrischungsgetränk. Das war ein Energy, war das? Ja, oder Energy. Ähm... Wir hatten halt, äh, so kostenlose Energy-Dosen, ähm... Ein... Rein marketingtechnisch auf so einer, auf so einer Nerd- und Gaming-Convention, ziemlich smarter Move. Ähm, kostenlos Energy zu verteilen. Wie hat das jetzt eigentlich so geschmeckt? Also war der gut oder nicht so, oder? Durchschnitt. Also... Mhm. War nicht scheiße, aber war jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, geil, ey, was ist das für einer, wo krieg ich den her? Hm. So grundvollziehend. Aber ja, Samsung, Samsung AI, das ist so, so, das... Ist so ein bisschen so... Ne geile Sache. Ist aber... Wird wahrscheinlich dann so ein normales, es ist so ein kleines Feature, so, so, ja... Das können ja die meisten Google Pixel, soweit ich weiß schon. Was genau soll das Ding denn machen? Alles. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei einem Twitch-Streams siehst zum Beispiel, im Hintergrund steht zum Beispiel eine Dose. Pausierst den Stream, nimmst einen Stift raus, markierst das und schon kannst du nachgooglen zum Beispiel, was das für eine Dose ist oder was das ist. So zum Beispiel oder den Hintergrund, wenn jetzt irgendwie du ein Foto magst und im Hintergrund irgendwie wer zu sehen ist, was du nicht sehen willst und sowas, ja, und dass der dann rausretuschiert wird automatisch und so. Ja, okay, das sind so Sachen, also das mit dem rausretuschieren und kein Photoshop, ähm... Und das kann halt das Handy dann von alleine, so brauchst du kein Photoshop mehr. Ja. Und so deswegen, oder halt auch, ähm, das ist so Chat-GPT-Style, glaub ich zumindest auch. Also kurzum nichts, was wirklich innovativ ist, sondern einfach nur von überall her zusammengeklaut und einfach ein Gerät dann rein. Ja, nur, dass das halt auf Hardware basiert ist, soweit ich weiß. Das passiert quasi nicht auf Internet-Connection, sondern dass das halt auf Hardware-Sites basiert und so. Also man braucht kein Internet dafür, dass man das machen kann. Und das ist, glaub ich, soweit das erste Gerät, wo das machen kann und so. Boah, ich weiß nicht, ob das so, so zuverlässig ist. Also ich kann mir vorstellen, dass das zum einen dann sehr viel Akku ziehen wird, weil ein guter AI-Algorithmus, ähm, braucht halt seine Ressourcen. Obwohl der, der, der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, glaub ich, so heißt der, ähm, der ist halt schon powerful. Also das Ding ist, mal das Beispiel, der erschlägt, äh, ein Apple, ähm, wie heißt das nochmal? Ja, der neueste Chip vom iPhone, äh, 15 halt so. Ähm, und beim iPhone 15 konnte man halt Resident Evil 4's Remake narrativ drauf zocken. Mhm. Und der schlägt denn. So, deswegen so, also, Prozessor-Power ist da. Mhm. Ich hab jetzt auch TikTok-Videos gesehen, wo jetzt halt neben Intel und AMD noch, ähm, auch Qualcomm quasi in Windows-Rechnern quasi, ähm, Konkurrenz gibt und so, weil die CPU halt sowas von krank ist von der Geschwindigkeit her. Mhm. Vergleichbarweise mit der Apple M-Chips und so, so ähnlich. Nur halt, auch nicht so stark, aber halt nur fast vergleicht so, äh, ja, normalen Laptops. Und deswegen so, ja. Ah, hab doch richtig gesehen. Ah, also keine Ahnung, von Samson habe ich mir nicht wirkliches Angriff, weil die hatten auch noch, ähm, Fernseher dastehen, ähm. Also das von Weitem sah schon richtig geil aus, weil die hatten halt auch zum Beispiel Minecraft Bedrock-Version, also das, wo halt die Shader mit drauf sind, nativ und so. Mhm. Goldene Karotten, cool. Obsidian. Goldene Karotten, was? Ja. Ich kenn nur Goldäpfel. Goldene Karotten, was machen denn die? Gold, äh, Gold sein. Keine Ahnung, da sind halt irgendwie... So goldig. Scheiße, ey. Ahhhh. Kein Inventar mehr, oder? Aber wie viel Tor liegt das? Das ist jetzt schon das dritte Tor, was ich jetzt sehe. Ohne die, äh, die wir unter Wasser gesehen haben? Ja. Wo am Land sind halt, ja. Hm. Ach komm, die leeren Karten hau ich weg. Ich brauch keinen Schwanz. Oh. Oh. Oh mein Gott, die haben ne Kirche. Wo? Ach, lol. Ist das die Kirche? Hallo. Danke. Ey, nö, ist ne Andersdorf. Hm, MSI. Gamester. Äh, was haben wir denn noch gehabt? 15, 14, was war das? Ah, Mad Gaming Office. Ah, Mad Gaming Office. Das war cool. Ähm, ist ein... Mad, das ist nicht Mad, sondern Mad. Ja, ja, Mad. Wie, 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 äh, wahnsinnig. Ja. Ich dachte gerade geklopft, hm. Ja, das war der, der Dingens Typ. Ähm, der da arbeitet. Das Pfeilmacher. Hm. Hm. Nix hier. Ich wollte gerade sagen, so die, äh, die Fenster sehen cool aus, aber die, ich hab keinen, äh, äh, Silk Touch. Behutsamkeit. Geschossspitze. Ja. Äh, Pfeilmacher braucht ja Geschossspitzen. Sind dann Pfeilspitzen. Blitzschutz. Was geht ab? Digga! Mach mir nicht so. Ähm. Aber, äh, die hatten da einen Rechner stehen, der, wenn du reingeguckt hast, hat er halt von, von drei Seiten, hat er, äh, Scheiben gehabt, du hast keine Kabel gesehen. Hm. Aber das Kabelmanagement halt, äh, so, äh, so ging, dass, ähm, alle Kabeln halt nach hinten gingen. Das kenn ich schon. Also, das ist quasi, ich glaub, Asus hat das, ähm, auch. Oder, ich weiß nicht, ob das Asus war und sowas so gesehen hast und so, aber Asus hat jetzt quasi eine neue Technologie in Anführungszeichen. So viel Grafikkarten, wo der Stromanschluss am Mainboard befestigt ist, wo man die Grafikkarte nur reinsteckt, wo die dann Strom und halt Daten bekommt. Mhm. So. Und die ganzen Anschlüsse an dem Mainboard sind halt nach hinten, dass man halt die hinten ansteckt und so, dass man gar keine Kabel vorne sieht. Mhm. Ist aber so, es müssen halt aber auch die ganzen Gehäuse Manufaktur, also die ganzen Gehäusehersteller alle machen so, dass das halt passt und so. Und auch andere Mainboard-Hersteller, dass die auch die Anschlüsse genau so setzen, wie die auch zum Beispiel Asus hat und so. Deswegen so. Ja. Ist das fragwürdig, ob sich das durchsetzen wird? Konnte ich wenigstens mein Eisenschwert und mein, äh, und mein Eisenbeinschut. Eisenbeinschut. Bist du immer noch in dem Haus drin? Ähm, in der Schmiede jetzt. Achso. Ja, okay. Konnte ich austauschen. Da war ein Eisenbarren drin, das ist jetzt so, ja, okay. Tut jetzt nicht aus. Hm. War noch was bei Samsung oder bei dem Samsung? Ähm, nö, 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 nö. Ähm, 15, 12, Indie Ground. Hm. An den erinnere ich mich gar nicht. Also, da sollen, sollen eigentlich äh, äh, Independence Spiele gespielt worden sein. Hat sich jetzt irgendwie, ich weiß, die habe ich irgendwie nicht mitbekommen. ach doch 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 in die entwickler haben hatten da so kleine stände gehabt haben ihre spiele vorgestellt viele viele sachen waren dabei so diablo klone zum beispiel so das war so muss ich unbedingt sein aber einfach so ein escape room spiel da hatte ich sogar mit denen gequatscht gehabt hey wie schaut es denn aus von denen könnte ich theoretischerweise ein key bekommen ich müsste es dann halt im stream spielen dann so ein pixel art game wo du ein türsteher bist türsteher game das game ja ja so zu sagen also ist es hat irgendwie schon es sah serviert aus so ein bisschen so hotline miami mäßig und so ein ninja spiel bei der katze spielt so ein 2d side scroller also da will die will ich auf jeden fall mal anschreiben und gucken ob ich da dies für bekomme 16 es alienware ja gut er ist so überbewertet meiner meinung nach war zumindest fand ich die früher richtig geil ich hatte voll also ich wollte immer so so ein alien wo er pc haben so irgendwie so keine ahnung warum es damals war für mich so alien wäre die gaming high-end marke so ja und dann bin ich größer geworden dann bin ich erwachsener geworden und jetzt denke ich mir so cringe also also die heutigen alienware pc sind ja absolut plastikbomber und halt nicht einmal geil so in dem in belten der besten ausstattung so ist ne 120 mm radiator wasserkühlung all in one wasserkühlung drin so wo ich da theoretisch in meinen rechner zwei stück drin hätte so 240 also ist halt einfach zwei zusammengesteckt theoretisch und auch generell das design so ist nicht so benutzerfreundlich und auch nicht temperaturfreundlich deswegen so sehr sind die rechner meistens übelst laut und riesig nicht ich wollte damals immer den laptop haben von von fach wie hieß der noch mal den asus das projekt noch mal von kronkonzert so let's play let's play together genau die lebt oder den laptop wo sie daran hatten sie wollte ja weil die haben da immer games gezogen darauf kann ich alles zocken aber jetzt im darin so gut dass ich mir das zeug nicht gekauft hat und deswegen ist das auch so bisschen zu schwierig vor allem weil ich damals halt noch kind war und deswegen ist es heutzutage noch schwieriger ist schwieriger geworden irgendwie ja dass das kinder so dass influenza sowas kinder andrehen sämtliche sachen weil man hat trotzdem irgendwie idol irgendwie das sachen vom idol haben wollte und klar so ich hatte auch damals eine zeitlange grong sein pc setup gehabt also 1 fast eins zu eins nachgebaut quasi so und deswegen habe ich mir ja damals auch das rote pro cast also mein altes mikrofon gekauft weil das krank hat sie oder hat und jetzt denke ich mir so naja gut dass ich mir gekauft aber jetzt habe ich für das bastelzimmer so aber ich hätte mir direkt das kaufen müssen das der endganker mehr brauche ich nicht klar es gibt immer noch bessere sachen so das war auch cool da stammt auch das ist eine foto aus meiner story bei dem ich mache gerade gespielt habe ich hatte wirklich gewonnen gehabt da platz ist war wirklich so wie habe ich das hingekriegt spiele das nicht bis jetzt machen hat gezockt eigentlich ich glaube das kann ich einer an einer hand abzählen ich habe glaube ich ich habe immer rücker selber auf das wird so deswegen so aber ich habe das sehr sehr selten aber was halt was hat nun an der area war du hast wirklich vom ersten mario kart bis zum neuesten hat hast du alle alle gab oh mein gott wie viel dörfer gibt es und noch noch eine kirche apropos alte games man kann jetzt ab sofort am iphone die ganzen games emulieren gibt es emulatoren jetzt mittlerweile weil ja die app stores ja offen sind und ja und jetzt kann man quasi die ganzen emulatoren auch am iphone zocken was ein bisschen so boah ist aber android seite so okay gut das ging es schon immer wieviel sind da hier hatte drei dorfbewohnern wagen sich jetzt es magte zwei leder kommen dass die feide hier das letzte was ich hier noch sehe ist die streaming area weil so so größere streamer saßen da also das heißt größere größer als ich auf jeden fall also der größte streamer der dort glaube ich war war halt frank aber er hat halt nicht selbst gestreamt sondern weiter nur bei einem panel dabei kapuzenwurm soll angeblich dort gewesen sein aber den habe ich gar nicht gesehen habe ich habe auch nie nach ihm gesucht was ist noch zwölf äpfel einfach noch mal drei smaragde elf kartoffeln ich glaube sie ist scheiße aus das ist beleidigt ich habe mittlerweile schon zehn stück da gab es so zum einen sondern so eine bühne da haben die leute schere stein papier gespielt ohne haben wir wirklich und da eine moderator ist total dabei abgegangen ist als dann unentschieden war so so bei einem stein gezeigt wird so abgegangen richtig was man damals so von einem typischen reaction streamer erwartet hat so eine reaktion so boah alter seht euch das an und du denkst dir so ja was gehst du jetzt ab das ist schere stein papier das ist nicht die fußball weltmeisterschaft ich finde es so unauthentisch wenn es leute machen also ja wenn wenn ich jetzt also authentisch ist es wenn ich bei einem marvels trailer dabei so abgehe ja klar oh noch ein dorf hä was zum geiler wieviel da also das ist wie als wenn ich diamanten diamanten suche ähm das ist interessant nein natürlich nicht und bei der streaming area das war so ein bisschen wie auf der dreamhack nurbei die dreamhack hatte halt ich glaube acht streaming ähm slot sage ich mal ähm ich verstehe so langsam überhaupt weshalb die kaktos jetzt nicht kleines streamer akkreditiert hat ähm kann ich auch gleich äh zu was erzählen ähm ähm äh weil die halt nur vier glaube ich hatten ähm aber du konntest halt wirklich direkt äh direkt rangehen und quasi so dem dem streamer auch auf den kopf tätscheln ähm während er halt gestreamt hat ist so ja will ich nicht machen ne also jetzt nicht da nicht als streamer dabei sein das ist so weil du weißt du nie was für leute da reinkommen und bla und irgendwie scheiße bauen und bla so ne ne also die 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 können die können nicht ähm 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 hinter dich kommen sondern das ist halt so von vorne quasi ach so ok ja mh verdammt ja also die können halt so irgendwie rumfaxen oder sowas äh kannst du dazu entscheiden zu ignorieren so wie halt ähm 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 wie als ich äh auf der dreamhack gestreamt habe sind Leute ja auch vor mir entlang gelaufen ach so so ok ich hätte dachte so dass sie im Hintergrund irgendwelche scheiße bauen können und sowas halt ne 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 sowas nicht sowas nicht ähm ja das wärs so mit so was man sich alles anschauen konnte also ist wirklich überschaubar gewesen ähm quasi wenn man jetzt durchgegangen ist ist man schneller durch gewesen als ich darüber erzählt habe ok ok ja ähm ja also ich habe jetzt so ein paar sachen ausgelassen ähm stand von der aok war mit dabei weil die werbung für sich gemacht haben was macht aok bei gaming also ähm außerdem beim gaming sich verletzt oder wie ähm mehr so in richtung so gesund leben weil halt du hast die möglichkeit gehabt äh auch dich auf dem Fahrrad zu setzen und äh wenn du gestrampelt hast hast du quasi so ein Mixer ähm betätigt und da äh kannst du ja so einen eigenen Smoothie machen ok das ist geil ja doch doch ja ja also sich gesund ernähren so klar man kennt das ja die äh die fetten äh die fetten Influencer und äh Nerds und so ja die sich halt nicht bewegen also ich und ich ähm ähm was hatten wir denn ja also das Thema Akkreditierung hatte ich ja eben gerade ähm 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 angeworfen ähm ähm ich wurde ehrlich beziehungsweise ich habe vorher keine Akkreditierung beantragt weil ich mir dachte sowieso dachte so ich bin zu klein ähm im Endeffekt war das halt dann auch so aber trotzdem ich hatte auf der Seite gelesen so ja wenn du dich akkreditieren lassen willst komm einfach vorbei bei der Presse Lounge hm ich also mich halt äh durchgefragt hingegangen und da stand da halt so ein Security man da guckt mich an wo willst du hin ähm ja ich hier Presse Lounge und so ich will mich akkreditieren lassen so du brauchst aber ein Pass dafür die die okay ich dachte grad äh wir werden jetzt mal hier wär da äh ursprünglich spawn gewesen dachte ich grad was auch wohl könnte das vielleicht sein hier die Ecke ich weiß es nicht mehr ich meine wir sind bei so einem dschungel gespawnt ja obwohl sie aber ob das der zwingen zu mir ist und schenke ich habe keine ahnung wollte ich ja mal nach es könnte sein weiter ist aber nichts irgendwie keine ahnung hier ist auch so bambus also könnte vielleicht sein naja soll ich weiter wichtig also der security typ haben mit dem gequatscht und habe dann gemeint ja ich würde ich habe hier auf der seite gesehen und man kann sich akkreditieren lassen okay wenn das da so steht hat er mich durchgelassen dann stand ich dabei bei der presse launch bei der anmeldung habe ihn halt so gesagt so ja würde ich halt gerne mal okay haben sie denn eine akkreditierung so zum ausdruck zu nehmen ich bin die akkredit die ab hier dann müssen wir das vorher machen hat dann beim kanal namen gefragt und so und guckt so leider zu klein aber ich kann trotzdem ein ticket für dich ausdrucken was würde passiert wenn wir die abonnenten nicht gelöscht hätten die wo damals jemand irgendwie ja ich weiß nicht auf welcher ich weiß nicht auf welcher seite sie geguckt hat ob ob sie oft wird selbst geschaut hat oder ob sie vielleicht irgendwie nindo social blade oder sowas benutzt hat vorher dann wahrscheinlich auch so die durchschnittliche zuschauerzahl getrackt wird soja ich glaube das ist der spawn weil das weil das da hinten ist wieder ein dorf und ich glaube das ist das ich glaube ja das ist sogar ja an das darf kann ich mich glaube ich zumindest erinnern wenn es das wirklich ist es sieht so ähnlich aus zwischen zwei hügeln ja das erinnert mich gerade an grongs live in the woods let's play weißt du wieso hast du das hast du live in the woods gesehen bei ihm nur paar folgen nicht aber den anfang der ersten folgen und den anfang ja du erinnerst dich daran dass da irgendwie so fünf folgen oder so oder keine ahnung komplette aufnahme session gebraucht hat bis er den platz gefunden hat wo er halt dann gebaut hat ja und das wird das witzige war das ist tatsächlich nur so zehn chunks entfernt gewesen von seinem sporn punkt als er die welt betreten hat das heißt die gesamte zeit ist einmal im kreis gelaufen so fühle ich mich gerade aber das mit dem wasser sieht schon geil aus weil es unter wasser einfach eine fette hülle ist und einschlagen so dass man selber brennt lol ich habe nur kurz gebrannt ja aber wusste ich gar nicht dass es geht das sieht halt so geil aus sowas wäre aber auch irgendwie was für uns so eine hafenlandschaft irgendwie so weil wir haben ja auch viel wasser mehr halt einfach ja eisenschwert mit dem es ist der gliederfüßel 1 und haltbarkeit 1 kann man sich kann ich mir beim kaufen für sieben smaragd ey fickt deine mutter ganz ganz ehrlich wie gut dass ich meine videos nicht monetarisiere ja meine auch nicht meine werden meistens immer geclaimt weil irgendeine musik irgendwie ein copywriter hat wo man noch nie gehört hat ein sattel brauche ich einen sattel wenn ja wofür das eine pferd wo wir haben wo immer rumläuft bei uns was lasse ich hier hat das ist die gute frage hatte ich hab ne idee gibt es hier zufällig ach da oben geht es auch noch weiter ja heilig ach das habe ich jetzt sie jetzt erst das ist wirklich das weil da konnte ich mich ja das war das weil ich mir dachte boah der fuck wie geil sieht das dorf aus ja das ist das das ist wirklich wie am anfang also das ist der anfang also das dorf finde ich von allem bis jetzt am geilsten würde ich ein let's play draus machen würde ich diese folge jetzt nennen so wieder am anfang so ganz bedeutungsschwanger und dann somit kann ja mit roten pfeilen und alles mit kickbait und so 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 vielleicht bist du gestorben und bla so wollte es einfach nur so ganz ehrlich max speed kaputt ich habe ein haus verpasst auf dem weg nach oben ja da also das direkt hinter dir das haushalt also ach da und dann geht es nach oben das gelbe haus und da oben halt noch was 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 ist das über terracotta gelbe keramik und ich habe gerade mein diamantschwert zerstört weil ich weil ich maus krieg also mittel krieg gemacht und so und jetzt habe ich einen gelben keramik nach oben gerutscht alter herzinfarkt alter kommen zwei roheisen was soll ich damit ich mit die scheiße das sieht so geil aus irgendwie so dass mit dem wasser dass man das so hoch geht das hier sieht auch cool aus hier kannst du rein groß haben wir fleisch und kohle das brauche ich für die kirche das kann man so gebrauchen glocken bräuch für die kirche und für meine hose papier brauche ich für den enchantment raum bücher brauche ich für enchantment ich habe eine idee mache ich hier eine werkbank erstmal ganz kann man nicht oder hast du ende perlen aus dem muss man muss man die ja glaube ich muss man die mit diesem feuer machen glaube ich keine ahnung ich habe nur die in erinnerung dass man die tun den du kannst und dann zu hause ist das eigentlich auf dem weg nach hause ja gar nicht ich bin immer noch random irgendwo rumgeschüppert ja weil wegen dein inventar ja wäre schon sinnvoll ich sehe das ja warte mal wo sind denn die screenshots gespeichert ja mit der windows foto anzeige öffnen danke das ist ja eigentlich los apropos windows hast du jetzt ab windows 10 oder windows 11 10 die sagen warum denn die alte ist windows 10 ok bis dahin ist wahrscheinlich neun rechner ja entweder das oder ich upgrade einfach naja stimmt es geht ja mit einer update also dings assistent ja wegen weiß dass windows neu aufgesetzt hast und so dann hast du es halt direkt auf 11 11 machen können never touch a running system und so sagt genau richtig wo ein neues system aufbaut ja mein system war ja nicht mehr die war ja nicht mehr wirklich running also das darf ich rausgekommen das konnte ich ist flüssig zocken und dann habe ich freezes ohne ende leckt mich am arsch vielleicht haben irgendwelche war das jetzt ein treiber dings oder was war das jetzt oder ist das problem ist behoben hätte jetzt nicht streamen können obwohl du hast ja nur probleme gehabt bei aufwendigen titeln also ein jahr war ja war es nicht auch jahr war es nicht aufwendig mit mods ja aber ansonsten nein weißt du was ich vergessen habe den sattel ja gut ist mir gerade ich bin ich mir gerade in den kopf gekommen was ich diesen esel gesehen habe ja gut egal ich habe keinen bock immer zurück zu gehen war das nicht gerade näher das sind deine apropos ein schutzgeist ist nicht mehr da ja ich habe das verloren nee ich habe ihn eingesperrt wo überhaupt in irgendeinem dorf in dem wir waren ja es ist immer ganz ehrlich dass wir die ganze seite und verfolgt er gefolgt und blasen aber das ist selbst in kreativ die kreaturen bekommen die die überhandelt ihr so was getan und sie sich mal schlafen die nicht oder tun die oder einem selber was nur dem den sie gerade verfolgen da muss ich jetzt schlafen wenn ich wieder ankommen ich versuche ja auch weil ich weiß jetzt schon dass ich keine akkreditierung für die nächste bekomme weil da stand dass man 5000 follower glaube ich wird wird auf twitch braucht aber ich versuche trotzdem die zu fragen ob ich so einen creator pass bekomme und wenn es halt irgendwie haben so einem sonntag am sonntag ist oder so werde ich die trotzdem mal bequatschen so einfach dass ich sage sie haben einfach für meine sammlung sozusagen mehr mehr als nein können sie nicht sagen deswegen so gut oder halten das weil es hat quasi so ticket gewesen creator ticket und dass ich halt sage so könnte ich auch so ein creator ticket bekommen ich habe ja auch eins gekauft ich habe wirklich ich habe das für die ticket für die nächste wirklich schon gekauft also dementsprechend wäre das halt für die kein verlust so in diesem wenn ich mir halt ein zweites also ja okay ich könnte dann meinen mein kaufsticket dann irgendwie weitergeben aber bei kaktus habe ich das auch nicht gemacht also selbst da bin ich mit zwei tickets umgelaufen wo es eigentlich komplett sinnlos besser zwei ticket besser so zwei tickets haben als gar keins und dann dastehen und ja scheiße hier sind sonst gefahren aber was von der kaktus was ich so geil fanden dass die wirklich das fbv dings hatten so dass das habe ich schon lange nicht mehr gehört dass mit dem fbv rc kars so dass man da so rumfahren kann und zum glas ich glaube das habe ich im stream noch gar nicht erzählt früher hatte ich eine arbeitskollegen gehabt und so der hat so ein rc monster truck gehabt und so und damals hatte ich schon drohnen geflogen so eine kleine und ich habe die mit bahnzeit ganz einfach drauf geklebt auf die motorhaube und hab das video feeds dann vor der drohne her genommen und die fernsteuerung und auto halt und bin dann so dann gefahren und so das war auch voll geil aber weil ich mein auto so deswegen kann ich jetzt nicht nachstellen aber es gibt aber auch wirklich leines tagtipps hat mal so ein bambus an bambus aber leines tagtipps hat man sonst ein auto review so ein kleines aber so ganz kleines vielleicht fünf zentimeter länge und das ist auch richtig geil kostet aber ich habe 200 euro das auto bambus oder wie ich sagen würde beim simulator bei euch einen unfall ja ohne witz ich kann da nicht mal durchgucken ne ich auch nicht ich flieg mal oben okay das sieht geil aus so viel bambus ist bestimmt geil aus so wie ich auch hier so durchlaufe ist durch ein labyrinth oder muss ich ganz ganz geil eilen denken die autos und okay bei dem bei dem feld fällt es nicht auf was ich habe das noch nie eine oberfläche gesehen ich auch noch nein fangene vergisst spinns bonner also gibt spinns bin spinns bonner und selbst wenn dein inventar noch mal das sind das hinter den bäumen ich glaube der ist angepisst hat der gerade ein frontflip gemacht alter der ist ein inventar voll oder warum siehst du das nicht was ach so ja es ist voll aber habe ich tatsächlich auch nicht gesehen weil das in den text ein bisschen schwierig zu sehen wie krass das aussieht mit dem ding also mit der oberflächen mine goldener apfel kann ich ja essen weil ich gerade musik habe der exorzist exorzist ist so ein dubstep dings und so ich habe jetzt der name jetzt ernsthaft nicht ein wie heißt dein lieblings horror film sinister genau den habe ich jetzt eigentlich angeschaut im ersten teil ganz ehrlich ist okay anfangen die erste die erste hälfte war für mich langweilig also es hat mir so true crime horrormäßig ein bisschen so aber dann ja ja diese videos mit dem wenn er will so dass die kinder sind und so dass die also die die diesen wirklich alle so richtig übel gemacht hast die anderen teile auch gesehen den zweiten teil ja also ich fand den ersten teil der erste teil abgeschlossen so und da war das einfach so wir klatschen jetzt irgendetwas hin hauptsache wir können doch auf den erfolg vom ersten teil aufbauen oder dem level weil weil das problem ist den geht den sinn ist also den zweiten teil gibt es nur bei sky oder als blu ray und bei sky wie bei prime nur zu kaufen ja also der kostet zwei euro zum leihen oder zehn euro oder zwölf euro zum zum kaufen und dadurch dass ich kein sky habe nur mein vater sky dadurch weiß ich ja dass wir wie teuer das ist recht so bisschen so gut lohnt sich nicht da sage ich sage ich ganz ehrlich lohnt sich nicht vielleicht irgendwann mal wenn ich eine blühe ist anfangen blase weil dann ja also ansonsten wenn du dir sagst du hey ich will ich will sinister 1 mir kaufen und ich will es halt komplett haben kaufen wir deswegen den zweiten teil ok ja ja achte aber dass du ein angebot dafür kriegst ja aber gleich sogar gebraucht oder so ja hallo kleines mal was bist du denn für ein schweigchen da wird immer anfassen mit dem redest du mit dem tempel da ich dachte ich mir schon das ist irgend so ein viech die musste gerade ich habe überlegt habt ob ich vielleicht in kontakt trete mit dem management dass wir bei den wird das wird das ich im keller kennengelernt habe zum einen weil die die impressum anbieten da hinten ist ein tor in diese richtung was haben wir einfach nicht einfach ne wo sind denn hier цевann geht er schon lang siehst du mal was davon hast ich lauf einfach durch das ist spectator da war doch was so jetzt kannst du mich sehen ja hey ich bin gerade create also endlich spectator ist mir doch nicht unsichtbar eigentlich müsste man so etwas dann ja ich bin kreativ weil ich nicht eingegeben habe weil ich noch falsch nach oben gedrückt haben jetzt ich lass also spitzhacke eisenschaufel lasse ich hier also spezielle hacke bis zur hälfte eisenschaufel nur noch ein fünftel oder so kannst du mich jetzt eigentlich sehen wo bist du ich stehe jetzt bei der truhe musst du gerade warst man kann ja inspector durch die wände schauen da muss ich jetzt aufpassen dass ich nichts ich glaube hier muss es irgendwo noch nur noch eine truhe geben oder keine ahnung irgendwas war da mal das ist nicht von der seite ist hier nicht von der seite ein pfeil rausgekommen mal wo bist du gerade überhaupt nicht finde ich gar nicht mehr noch drin im tempel ach da jetzt richtig hier ja das sind beide raus aber jetzt nichts ach nee das kommt von hier glaube ich okay sag mal gibt es hier noch irgendwo eine truhe oder also ich sehe nichts bei der wei warte mal ich wollte ich das einzige klebriger kolben jetzt das wirst du mit der kräftigen konnten wir das machen kann man immer gebrochen ich wollte ja nach hause glaube ich schon ja ich bin im creative mode gelandet weil ich irgendeine taste gedrückt habe es gibt shortcuts für modi ändern das habe ich noch nie ja ja f3 und f4 gleichzeitig tatsächlich überlebensmodus jetzt habe ich dich verloren toll mich weiter das hat weh ich habe keine ahnung wo du bist ich wusste gar nicht wenn man f3 und f4 gleichzeitig drückt dass man modus weg das ändert ja alles what the fuck ist voll geil ich habe ich habe das ich habe das auch nicht gewusst dass es gerade nur per zufall weil ich halt f3 drücken wollte und ich bin mit meinen wurstfingern hat gleichzeitig auf f4 gekommen ich glaube ich bin gerade in einem der wälder die in der nähe von uns sind oh gott scheiß creeper naja jetzt da lang Alter, da ist eine riesenfette Höhle, heilige Scheiße. Gott, oh mein Gott, also es sieht geil aus, was, das was ich hier gerade sehe, war es die Höhle gerade eben oder was, ja ich denke ja, ja also Höhlen Eingang könnte man quasi sagen, irgendwie so, das ist so eine Tageslichthöhle. Trotzdem weiß ich nicht, wo du bist. Warte mal, ah ne, ich habe, Texte-Spec habe ich an. Ach du Scheiße. Ach lol, da ist eine Winterlandschaft direkt daneben. Okay, ich weiß gerade noch nie, wie ich hier rüberkomme. Okay, da ist Wasser, da könnte ich reinspringen. Oh. Oh? Oh. Hui. habe ich auch was richtig geil aussieht aber ich glaube du bist noch nicht richtig nicht meiner badewende bin ich kapitän tut tut ach verpiss dich weg keiner mag dich da wie krass ist das denn bitte dass man einfach mit f3 und fd wie lange spielen wir im einkraft schon wie viele jahre ich glaube das ist neu das ist neu das ist wahrscheinlich mit einem der letzten updates reingekommen ja kann ich mir vorstellen ja und ich habe absolut keine ahnung wo ich überhaupt bin ich müsste eigentlich ich bin bei dem bei dem dings wieder bei dem was sagt schon wusste gerade eben warst wusste die pfeile und so ich ich es ich 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 Nee, ich glaube, ich finde dich nicht mehr. Ein bisschen diese Richtung. Aber dass wir heute bei dem Spawnpunkt waren, das ist so krank. Und ich glaube, ich lade noch eine Chance, also ich denke immer so, dass ich da nicht war. Okay, ich müsste gleich. Oder? Natürlich. Kann man eigentlich TP slash Homepoint und das Spawnpoint oder so machen? Äh, nicht, dass ich wüsste. Außer als Kill. Ah, ich bin zu Hause. Loll. T-S- TP. Nein. Wie mache ich das am besten? Ich mache einfach Kill. Fertig. Oh, warte mal. Das ist eine gute Idee. So, fertig. Kurz. Wieder respawnpunkt setzen. Nicht, dass ich jetzt sterbe und dann... Naja, wenn dann, du hast dann die ganzen Sachen wieder so... Also... Ja, ich müsste... Ich müsste den ganzen Weg wieder laufen. Jupp. Ich bin ja gerade noch in Spektormodus. Und das Kreuz ist wirklich direkt da drunter. Das untere. Mhm. Also wirklich direkt. Es ist nicht einmal versetzt. Es ist absolut einfach nur drei Blöcke weiter unten. Ja, nice. So, jetzt... Ich glaube, ich weiß, wo die Höhle anfängt. Wo wir immer gehört haben. Alter, wie krass, dass das aussieht. Das sind so viele Höhlen-Systeme. Oh mein Gott. Hm? Das darf ich nicht sagen. Ich brauche ein D dafür. Fuck it. Ich sag's. Fast direkt neben deiner Höhle, also... Wo du halt dein Haus hast und da die Höhle drin hast und so... Hm. Ist... Ein Eingang zu einer anderen Höhle. Hm. Aber nur eine kleine. Oder? Nee, doch. Die hat durchgegangen. Die geht dann zu einer größeren Höhle. Heilige Scheiße. Was sagst du so groß? Ja. Das ist eine große Höhle. Und ungefähr 20 Blöcke noch weiter unter dir ist die Riesenhöhle. Ungefähr 30 Blöcke. Keine Ahnung. Hm. Heilige Scheiße. Jetzt weiß ich woher, dass die ganze Zeit der Scheiß-Disch-Scheiß-Zombie-Dinge kommen, weil unter uns ist eine riesengroße Höhle. Hm. Mit einem Spinnenspawner. Sieht aber aus wie eine normale Spinne, nicht Giftspinnen. Ach, na super. Okay, die Höhle müssen wir aushöhlen. Also nicht auswählen, sondern für unsere Zwecke nutzen. Hm. Hm. Ich werde sie erfolgreich missbrauchen. Ich werde sie erfolgreich missbrauchen. Das geht jetzt eigentlich ein bisschen die Prinzipien vom Nicht-Cheaten. Aber ganz ehrlich. Ich habe jetzt halt wieder daran gesucht. Äh, die letzte Folge und die vorletzte Folge habe ich gesucht. und habe es nicht gefunden. Warte mal, geht es bei dem Kreuz auch rein? Nein, also bei dem Kreuz ist quasi nur eine so kleine Höhle. So ein Durchgang, okay. Kann ich bei dir ein Loch buddeln? Nee. Also kein Loch, sondern ein Tor. Wie Tor. Wie Tor. Also eine Tür. Ein Durchgang. Warte mal, warte mal, warte mal. Wende muss das dann ja richtig gemacht werden. Sekunde, ich komme gleich vorbei. Ich komm gleich vorbei, nur nicht so hast, nur nicht so hastig verfickte Scheiße. Ich bin mal ganz kurz in Überlebensmodus wieder hier. Das ist voll praktisch. Uh, nein, das war's falsche. So, was meintest du? Warte, warte, bleib bei der Tür, bleib bei der Tür, Moment, ich geh ganz kurz. Äh, kreativ Überlebensmodus, guten Tag. Kann ich? Ja, mach. Soweit's richtig ist, direkt hier rüber. Warte mal. Äh. Okay, warte. Au, ja. Da ist der Eingang zu der nächsten Höhle. Warte mal. Ähm. Direkt bei dir. Du hättest wirklich noch bisschen buddeln müssen, schon hättest du es selber gefunden. Hm. Und soweit ich... Au. Und ich hab kein Ding mehr, weil der Geist... Ach. Ich hab kein Schild. Wie zum Fick. Hast du da zugebuddelt gerade? Ja. Alter. Ja. Ey, du spielst mit mir? Was erwartest du denn? Dass ich irgendwie fair bin oder so? Hallo? Sind wir hier in Fairview? Alter, ja. Das ist die Höhle hier. Das ist die Höhle hier. Alter. Ach so. Gut. Ich hab nur noch eine Frage und ich hab kein Schild. So, deswegen... Okay. Ach man. Das hab ich vergessen. Warte mal, wie viel brauche ich? Eins, zwei, drei. Okay. Was wirst du machen? Treppen. Hm. Hm. Wenn ich zu viele bauen. Alter, wie krass ist das denn bitte? Das war so wirklich... Du mit... Also... Wirklich zwei... Zwei Blöcke hättest du noch weitergraben müssen. Und einen nach unten. Hm. Äh. Was wollte ich jetzt nochmal machen, Schild? Wollte ich aber nicht. Ja. Hm. Pfff. Ne, so war ne Tür. Wie... Nochmal das Schild. Egal, ich mag's. Manuel. Ja. Toll. Äh. Wo war das jetzt nochmal drin? Da, Schild. Ich brauch Holz dafür. Weswegen. Schade, dass es nicht ein reines Eisenschild gibt. Hm. Und ich hab kein Holz. Oder? Doch, ich hab Holz. Puh. 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 Sie gibt uns so. Hm. Hä, wo renn ich hin? Ich bin dumm. Ja, das hat mal wieder Spaß gemacht. Oder was? Mal wieder. Das hat mal Spaß gemacht. Einfach rumzufliegen. Das hat, das war so, Feelings so irgendwie so von, ja irgendwie Serie anschauen, aber irgendwie trotzdem dabei sein. Hast du zufällig eine Fackel? Ich habe gerade die 53 gemacht, also ja. Also irgendwo hier, hier oben vielleicht oder so. Oben. Hier. Jo. Danke. Bitte. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal was essen. Alter. Oh Gott. Ja, wir können ja beim nächsten Mal diese Kröle erforschen zusammen. Mhm. Ach du Scheiße. Wie weit geht's denn die noch? Da geht's noch runter. Ach du Scheiße. dieses Kröße hast du gedacht. Ich habe die ja nicht in kreativ, äh in Spectator-Modus nicht richtig angeschaut. Ich habe halt nur gesehen, dass da eine riesenfette Höhle ist. Aber dass die noch Abzweigungen hat, das wusste ich gerade gar nicht. Bisschen ausgeleuchtet habe ich die jetzt schon. Das ist wahnsinnig. Au. Oder doch nicht. Bisschen jetzt einen ordentlichen Eingang machen. Hör. Hä? Hör. Hör, ich bohkohle. Hör. Ich bauchkohle. Hä? Ich baukohle. Hör. Schmack. Guck. Hä? Hör, ich bau! Wie consecate Polka. Ich kriegs kaputt. Bohr, wir w очень schrägern. also da geht es noch mal richtig runter es war der riesen höhle wo ich meinte und da geht es auch noch bisschen weiter ich habe jetzt einfach aber da geht es dann hier immer noch weiter ab hier habe ich nicht mehr weiter gemacht hier ist irgendwie gras ok lol hier geht es nicht mehr weiter ist aber eigen kohle wenn es ist was hast du da für ein lager gefunden alter war nur ein coole 17 ein coole ja mein inventar schon wieder halb voll ich habe gerade was gemacht was nicht so schlau war müssen weiter gebe weiter würden nach vorne wieder nach vorne wieder zurück meine ich ach so ich habe das kies bisschen abgebaut und dann ist es so rutscht ach so aber ich schaue es mal wo es hier weiter geht war doch irgendwo jede war der eingang ich vermute mal dass die beiden miteinander verbunden sind also unten ja ja denke ich mir schon ja guck mal das sind gleise habe ich gesehen ich wollte aber nichts sagen also da geht sein kann sie kriegen das ist nicht gut ich baue mich am sicheren weg nach unten wenn sie erst mal richtig ausgeleuchtet ist ist es eigentlich auch sicher ja ich hatte das vor aber ja das ding ist ich will da bauen klein stimmt noch gar nicht da macht es gleich boom das macht beim sagen dass man das wichtigste auch bis leisten wie riesig und es ist eine ganz rührte höhle und direkt unter uns ein bisschen verfolgt sind aber normal ich bin gott sei dank der ist ein kleiner sie haben kommen explodiert für mich sie haben vergiften die nicht ja ich esse doch gerade als ich klein trifft die hat auch nicht hier hier da du musst dir mal die brücke angucken ich bin aber ich bin wem sind ich bin mal so frei habe den sporn abgebaut habe ich gerade eben benutzt das ist noch die ich mache jetzt erst mal die treppe ich hab eh nicht genug genügend erde 2 2 gezielte was willst du denn von mir du kleines alter ey deine eltern sind geschwister so kommt mal schön hoch habe ich noch irgendwas anders sicher hier bruchstein 14 meine ich nicht viel das ist noch eine erfahrungsbobbele sieht nicht schön aus jetzt praktisch du hast jetzt mal kunden aber ich habe vor irgendwie da irgendwas reinzubauen wenn die komplett ausgeleuchtet ist also wir wissen noch weiter rein in die höhle oder wieder hoch ich bin gerade noch am treppen bauen das beantwortet ich meine frage also gerade eben nicht weil ich hatte die treppe aber dann vielleicht ich habe kein wasser einmal dabei so groß ja also so tief ist es nicht aber es ist halt es ist halt es wäre angenehmer sage ich mal es wäre angenehmer mit mit ich weiß nicht ob das da unten vielleicht die diamanten sein könnten ne ich glaube das ist zu weit oben nö wir sind jetzt bei 29 da unten könnte durchaus schon um die 10 sein lol also du willst auf jeden fall noch ein bisschen weiter erkunden nachdem das weg ist ja oder ich weiß nicht heute weiß nicht noch ein bisschen ach kurva oder eben daneben schön ja doch lass ich so welten genau über den eingang ist kies ich mach mal einmal so blub also da ich habe einen richtigen eingang gefunden da kannst du kannst du sogar bis an die oberfläche fast sehen ich weiß sogar wo der eingang ist ich habe jetzt ist so schön die treppe hier gebaut die können wir eigentlich lassen so für dich ja ja generell ist es halt über mein haus ist angenehmer reinzukommen als über über das ding da ist der komische wo du die dinge rausgeholt hast dann warte mal mal eine kleine wand das war da nicht immer vorbeilaufen oder so ich kenne mich ich habe tatsächlich früher wirklich so höhlen erkundet dass ich wende von den durchgängen von denen ich weiß okay da war ich schon da gibt es eine sack das habe ich zugemacht tatsächlich bin ich immer sehr sehr gut also fackeln meine an die rechte seite wende also dicht gemacht bin ich gut durchgekommen immer und hier ist die andere seite soll ich abbauen ich bin da das schaffst du das schaffst du ja 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 hätte ich nicht zu bauen müssen aber schienen haben wir ein bisschen zumindest ja hier dass das meinte ich ja ich habe schon nicht vierfach den toll also ich nehme andere anderen weg gehe ich hier lang wo bist du hinter dir ja ich springe sogar sagt doch beim eigenen und nicht beim eingang ist es nicht hast du gerade getötet ist da gerade schon wieder aber ja ja da ist nicht das ist wirklich ne dingsbums die mine also das feucht für unsere von unseren sporten punkte das funktionieren von unseren heimatpunkt wirklich das ist wirklich das ist einfach ich schaue mal ganz kurz was beim kreuz habe ich noch gar nicht nachgeschaut nicht so richtig jetzt verhofft dich die zerauffahre immer so umzuschicken ja man könnte vielleicht ein durchgang bauen das sind zwei unterschiedliche höhen ich glaube zumindest nicht ne die sind nicht connected halt haben wir schon viele ausgeleuchtet alle heilige aber ne also die höhle vom ich wollte nachschauen ob die höhle quasi connected ist mit dem mit der großen hier aber ne ist sie nicht aber man könnte theoretischen durchgang bauen also so nah also die sind relativ nah zusammen okay das sag ich nicht alter was haben wir da gefunden alter wo bist du überhaupt naja sag ich nicht dann spawne ich mich mal wieder hier zu den treppen hin ich brauche die Fackeln lol ja deswegen habe ich Kohle abgebaut ich habe Kohle nur keine Fackeln so 43 und ich sollte mal schlafen stimmt ja da war ja was ein Bett habe ich nicht dabei ne ich gehe einfach nach außen ich bin ja ich bin aber ich habe mich da reingelassen wo ich im kreativmodus also in den Modus gegangen bin boah da gehe ich auch nochmal kurz an die Oberfläche wo ist der Eingang nochmal wo hast du den Eingang nochmal gemacht ach da rauf ne hä falsch oder ja doch da was verlaufen alter wie krass das das ist bitte das Höhlensystem das alter ich habe noch einen kleinen Spoiler gemacht unter der jetzigen Höhle ist noch eine Höhle aber ich habe an äh Dings an Kristallen oder so nichts geschaut du kannst nur nachts schlafen ja ich oder wie das klaut es wird jetzt Tag oder Nacht ich habe keine Ahnung oder es ist einfach es gewittert doch gerade man kann doch während des Gewitters schlafen hätte ich gedacht aber es regnet heute einfach nur ich habe noch nie 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 Ich habe eine Idee, was wir machen in der großen Höhle drunter. Ja? In Höhlendorf. Oh Gott. Wir haben noch nicht mal ein richtiges Dorf hier oben und du klamst schon fast nach unten. Alles klar. So ein geheimes Dorf, so eine geheime Stadt, die in der Ruhe im Umgebung ist. Hat sich nicht schon so eine Idee geäußert gehabt? Ich glaube, ja, wo wir erkundet haben. Bei der ersten Folge. Wieso waren wir da? Und jetzt haben wir wirklich die Möglichkeit und brauchen wenigstens nicht aushöhlen. Ach, wie geil. Aushöhlen. Das reicht aus, das reicht aus. Ja, es ist Tag geworden. Oh Gott. Ich bin nicht umsonst nach Hause gelatscht. Okay, ich könnte mir eine neue Spitzelhacke machen. Hast du eine Spitzelhacke? Ja. Nicht zu verwetzeln. Verwechseln. Verwetzeln. Ja. Ja. Ja, Gandalf. Eigentlich bräuchte ich auch neue Stiefel zumindest. Und neun Helm. Weißt du jetzt hin? Wo bist du gerade? Bist du gerade in deinem Haus oder wo bist du? Jo. Jo. Wo war jetzt der richtige Eingang nochmal? Wo hast du gerade gesagt was? Äh, Sekunde. Ich wechsle mal kurz aus. Bin draußen. Dass wir da vielleicht den Haupteingang machen. Und das, bei dir ist das Nebeneingang. So, ich muss mal kurz gucken. Ah, das war ziemlich fies. Irgendwo. So ein Baum. Langsam wird das hell vom Greenscreen verlangsam anstrengend. Ah, hier. Ja. Wo bist du? Hier hinten. Äh, Richtung Wald. Ne, andere. Ja, ich sehe schon. Hier, wie beim Holz. Äh, hier. Wenn du guckst, dass er sich da unten. Äh, eine Fackel und Licht. Und ich bin, ich bin beim Holzfeld so häufig schon fast darunter gefallen. Und du. Du hast es sogar noch gesehen. Deswegen hat, äh, deswegen hat er auch gemeint, so, ähm, so diese Höhle, die wir halt hier gehört haben durch die ganzen Mobs, ne? Aber ich meinte, hatte ich ja gemeint gehabt, so, ich glaube, ich habe den Eingang dazu gefunden. Und ich hätte gedacht, da drüben, bei mir, also bei mir drüben ist auch so ein komischer Höhlenangang und ich hätte gedacht, das wäre der. Mh. 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 Boah, ich glaube, ich mache ganz kurz Pause. Also, Minecraft kurz kurz Pause und... Und? Ich wäre fast in das Loch reingefallen, wo du immer was reingefallen wärst. Ähm. Und baue den Grün-Screen ab, weil das, das, das helle Leuchten ist, ist nachher langsam anstrengend in die Augen. Mh. Klar, du wärst schon nach Hause. Mh. 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 3 kleine Arme 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 So Sieht hier aus? Karotten habe ich noch nicht fertig Aha So sieht es also aus Ok So Hopp, hopp Noch 2 Das hat theoretisch gesehen Sind hier irgendwo Schweine in der Nähe? Bei mir Ein Schafer Stimmt Ich auch mal gucken 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Macht Liebe miteinander Das sind glaube ich 2 kleine Ja 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 screen hier anpassen hier so einmal das hier kem 1 ist das hier filter aus so kommst du jetzt hier so hoch ne ist noch nicht fertig so jetzt geht es weiter mit mini kraft angenehm so also toll jetzt wird es genau nacht oder was jetzt gehe ich raus weißt du ob es irgendwo schweine in der nähe bei uns gibt warum ich habe jetzt nicht weil die karotten fertig sind dann können wir als schweine anlocken jetzt kann ich endlich mal wieder schlafen ich glaube ich kunde die höhle oder ich mache den eingang vielleicht zu höhle das ist das kreuz weil er war noch ein kreuz gerade direkt hinter dem neuen haus mhm es war doch da irgendwo der eingang ja genau hier war er so sehr ist reingegangen ich mache es mir einfacher ich bin runter gefallen geil aber nicht weit ich weiß nicht ob ich vielleicht einen länglichen oder so eine wendeltreppe machen soll wenn es einen länglichen eingang wird natürlich auch geil mhm fuck ja das sieht zwar ein bisschen weird aus und so aber so einen länglichen eingang würde so einen großen höhle irgendwie sinn machen so dann ach wo war denn das nochmal wie ich das gesehen hatte ok ach hier hallo 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 guten tag haha hat das wie geil wie geil das ist halt schon geil Oh, der arme Birkenbaum muss leiden Ja, egal Hat er verdient Arschlochbaum Was? Toll, jetzt komm ich nicht mehr ran Gegen einen Block Oh, ja natürlich Kann er um Ecken schießen Kacksenkett, Alter Hahaha Weißt du, was ich vergessen habe? Hm? Einmal mit Wasser So eine Scheiße aber auch Spätan was Ah fuck, ich habe nur Cobblestone Ich habe nicht den normalen Stein Ja, dann egal Dann mache ich das Das Cobblestone Habe ich nur normale Spitzhocke? Nein, ich habe zwei Diamante Oh, stimmt ja Ich habe ja, ich habe ja ein bisschen Hm Wer braucht schon Wasser einmal, wenn er einen Wasserfall findet? Äh, richtig Der, der in einer Sackgasse landet Ist aber ganz schön westrig Ja, komm weißt du, ich spawne auf den Creeper Kommt direkt neben mich Er muss sich aber dran gewöhnen an solchen Sprüche Weil Kevin macht die so oft und ich habe das von Kevin Du, an, an, äh, an klassische Gandalfs kommt, äh, kommt das aber nicht heran Äh, an einen klassischen Gandalf Kevin ist teilweise schlimmer Hm Vor allem, Kevin sagt manche manchmal Sachen, wo einfach keinen Sinn machen Wow Bin ich jetzt hier gelandet? Ich bin in Irgend, ich habe, cool, ich habe jetzt, ich habe jetzt einen unter Wasser stehenden Gang gefunden Einfach so Haben wir jetzt Rollen gelauscht Ich wollte gerade, ich wollte eigentlich die Höhle erforschen Ja, ich habe Kupfer gefunden Egal Mein Gott Oh Gott Zu viele Axt Boah ey Vier oder fünf Zombies auf einmal Das haut mir schon wieder der Nuki aus Ich bin zu dumm Das wusste ich schon die ganze Zeit Toll So Aber keine Sorge, man kann was dagegen machen Am besten nicht Kevin sein Ey, das finde ich jetzt nicht witzig Auch Nein Nein, nein Ich spring da nicht runter Oh Gott, ich hatte gerade einen Fremdrop im Auge Was? Fremdrop im Auge? Fremdrop im Auge? Weil ich gerade so irgendwie geblinzelt habe, aber irgendwie länger geblinzelt habe Das habe ich schon so Das habe ich schon nie gehört Das habe ich nie gehört I know Raimdrop im Auge, geil so sicher ist sicher man weiß ja nie wofür man kohle gebrochen kann und wenn es halt zum einschmelzen ist von den ganzen schätzen die man hier unten so findet oh level 35 mal bedenke dass ich die die das kupfer noch nicht mitgenommen habe das könnte irgendwann so richtig interessant werden das runterfallen ja finde ich auch auch ja weil ich meine das kupfer sammeln und dann einschmelzen ich verstehe die schilder nie ich gehe da lang ja das war die richtige entscheidung das wird ein riesen eingang alter hello mr enderman telly me banana noch eine steht ab nichts bei dir möglich ich meine den enden die hier sind und gleich hinter mir ich habe mich nicht erschrocken oh ich sollte mal fackeln setzen wie schön hell das ist auf einmal wenn ich fackeln benutze ja das ist ich komme hier nirgendwo weiter weil überall ist es halt so geht es tief nach unten mein gott ich fühle meine spitzhacke nicht so brauchst du eigentlich immer noch den eingang oder ja wird ein bisschen größer hast du gedacht wir sollen vielleicht noch eine hütte draufsetzen wenn du den eingang dann siehst alter bin ich jetzt so bescheuert und ich will nicht sehen würde wo da ist ich baue immer einen gleichen block an ich will einen block in die mitte setzen aber scheiß drauf dann lass ich es halt und also das ist nach unten gedroppt nein ich bin oben ich schaffe schon noch vorne wir sehen nein ich komme da nicht hin oh jetzt müssen wir ihn noch hoch bauen ich habe mir gedacht ich habe mir gedacht ich habe mir gedacht wir sehen wir und das bringt was ich mich dahin bewege ja eigentlich schon Es wird nicht sehr elegant, es wird was, es wird was, ähm, vielleicht, ich hab ne Idee, ich mach was anders, obwohl das ist auch gefährlich, was ich mach, egal, machen wir das so rum. Ja, sehr schön, Hallöchen, du Jungs, ne, ich glaub, ich hab voll verpiss mich wieder. Okay, Geronimo, Brüder. Komm, das überlebe ich. Kann man ein bisschen Licht machen hier. Ich verpiss dich, das ist mein Wasser. Ich hab gesagt, mein Wasser. Okay, irgendwie ist es doch angenehm. Ja, so muss das. Ich hab' noch mehr davon. Oh, noch mehr davon. Oh, noch mehr davon. Oh, noch mehr davon. Ja, ach was was, also auf einfach. Was ist denn? Nö, 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 nö. Au, alter Scheiß, Zombie, alter. Ha, heilige Scheiß, hatte ich mich jetzt erschrocken, alter. Was haben wir hier? Ist es tiefenschiefer schon, ne? Ne, Diebslade, doch. Kann es sein, dass ich mich da bis hin... Was ist das? Tuff! Das ist dich. Ironoro, okay. Hey, was willst du denn? Okay. Alter, ich... Ey, was wäre ein fucking... Oh mein Gott. Ah, nee, nee, nicht wieder spitziges Angreifen, diese Scheiße. Ah, meine Nase juckt. Ah, Scheiße. Ah, Eis mitnehmen. Oh, oh, ein Redstone. Ah, Zombie ist gar nicht dran. Ja, was? Oh, oh. Ähm, das ist nicht gut. Nee, 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 nee. So spiel ich heute nicht mit. Ah! Oh, jetzt kann ich meine Nase wenigstens kratzen. Ah, hier ist Gold. Ich laufe jetzt im Kreis. Nein! Ich hab' auch kurz gelaufen. Pieper! Okay, volle Leben. Jetzt bummt sich dich weg, Alter. Hier, mach mal richtig Gangbang. Was bin ich hörend? Hä? Das bin ich hörend. Aber das ist doch... Das ist doch Kupfer. Ach, das für... Okay, kein Gold. Ich find' einen Haufen, weil ich den Kupfer da will. Aber ich werde im Dessen, dass ich mich da runtergrabe. Aber hey! Äh. Bin ich jetzt... Alter, ich bin gerade blind gewesen. So, wo hab' ich jetzt eigentlich, äh... Das Redstone gesehen? Was willst du denn? Bummst du mich ja... Nee, nee, nee. Hier gibt's keinen von der Seite Bumsen. Und jetzt schön ausleuchten. Weil ich bräuchte so ein 5000 Watt Suchscheinwerfer. Weißt du, machst du einmal an? Bumm... Und es ist alles richtig... Also, beleuchtet. Ja, dieses... Hast du dieses satisfying Geräusch dabei? Wenn das Ding angeht? Das ist alles. So, ich hab's nämlich auf die beiden Diamanten abgesehen. Äh. Oh. Drei, vier Diamanten. Fünf, sechs. Krass. Ja, sechs. Sechs Diamanten. Krass. Ich muss mir überlegen, was ich irgendwann mit Redstone anfange. Irgendwas automatisieren will ich auf jeden Fall. Felder? Ja, das ist so Standard. So, irgendwie schon... Richtig oll. Ähm. Was zum Fick willst du mich verarschen? Hier ist ein Hühnchen. Oh, oh. Und ich bin auf minus 30. Und ich habe... Eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Diamanten gefunden. Sechs. Nee, bei Pater Popov, du stirbst jetzt, du Hühnchen. Ich magiere mir mal den Eingang. Scheiß drauf, das mache ich zu. Das ist eine... Die eine Wand, wo du zugemacht hast, mache ich komplett zu. Äh. Ja. Ich habe so viel Cobblestone. Ich habe Gold gefunden. Was? Alter, ich habe... Ich wusste doch, dass es sich anschleicht. Was? Was? Der Schrauss. Ich hab's beendet. Der Schrauss. War's nicht so, was ich? War's nicht so, dass ich mich tun. Ich habe super Schrauss. Och. Das ist ein Beste. Und ich habe zuerst von dir, Ich hab's gebeten. Ich habe das nicht so, dass es nicht so, dass ich nachdem. Und ich habe die Leute. Ich habe die Leute, die Leute, die Leute, die Leute zu machen. Ich habe die Leute besuchen. Ich habe das hier viele Musik gefallen. Oh, das stimmt. weißt du was ich vollkommen vergessen habe worüber wir ursprünglich geredet haben über die kaktus ja gut da war ja was ich hab da jetzt ehrlich gesagt fällt mir jetzt nicht ein was ich noch gerade so erzählen könnte hast du irgendwelche fragen gerade gar keine ein ich werde ich ja paranoide ich höre schon überrasse skelette wo es nicht so auffällt theoretisch könnte ich das ding hier nehmen ich wusste es ich hab's gewusst ich hab's fucking noch mal gewusst ich bin einfach ich hab einen spawner gefunden was für einen ich geh gleich hin die spinnenaugen in der dunkelheit so gruselig und ein zombie spawner zwei namensschilder nehme ich mit schwarz pulver aber ich sowieso im inventar habe den musik noch ein sattel nice so das bleibt alles hier sattel nehme ich mit hier haben wir noch ein bisschen das bisschen das 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 und ja und rate mal ich hab ein volles inventar richtig ich bei dabei auch aber meins ist nicht so wertvoll glaube ich zumindest könnte durchaus möglich sein was ist das roheisen block ein block aus roheisen und wenn ich das das kann daraus kann ich neun roheisen machen wenn ich da was aufmache dann läuft wasser hier runter doch 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 aber das ist eigentlich nice nice nova wenn du halt wie mehrere stecks roheisen hast kannst du dir halt zusammenfassen zu so dass ich weiß dass es gibt so also zum kraften so aber dass das wirklich aus roheisen wusstest du das ja so dass man quasi nicht roheisen ein eisen blöcke halt machen kann ja 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 das ist das ist kein eisenblock das ist roheisen dass du halt noch in rein schmelzen muss ist sowas habe ich noch nicht gesehen oder gehört gesehen hab ich mit richtig richtig das werk alter leon ist aber gerade leon ist aber auch kein zombie obwohl manchmal so viel zeit wie der mit kevin verbringt muss ja schon zombie sein war das jetzt ein disk gegen leon oder gegen kevin ich weiß es nicht ich will ja nichts sagen aber ich habe schon wieder ja doch das gefällt mir schön machst du das während ich die köhle erkunde weißt du normalerweise bin ich derjenige hat irgendwie am bauen ist während andere auf erkundungssuche sind ja also ich mächtig ich ich bereue es ich muss als nächstes wirklich mein mein enchantment table fertig bauen ich will nicht wissen wieviel ich hier rauskriegen würde wenn ich glück hätte auf der spitzhacke glück auf der spitzhacke ich ja ich finde ich auch noch rohblocks dann könnte ich das auch noch einschmelzen ich finde ich auch noch rohblocks dann könnte ich das auch noch einschmelzen mir tut es aber auch gar nicht leid ne ich sag dazu nichts ohne witz eigentlich müssten wir so so tobi und grump 2.0 werden so und dann irgendwelche so so survival spiele oder so spielen ich werde dafür ich hab was falsch gemacht für sons of the forest ne habe ich ja nicht noch nicht irgendwann wenn es im angebot ist für einen guten preis beim türken muss letzte preis bin runtergefallen also ich hätte irgendwie schlechten witz gemacht oder so da kommt es nicht von der hand zu weisen und ich habe keinen platz mehr für redstone an die sie können weg kennst du eigentlich den den minenarbeiter andy sieht ich glaube ich habe jetzt aber auch ein großes problem ich weiß nicht wo es wieder raus geht die slash kill nein die chillen schloss ich mir ich habe schon lange keine monster mehr gesehen ich habe eigentlich auch nicht stimmt es geht noch weiter runter nee 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 ich versuche so langsam den weg zurück hier ist lappeslazli manchmal habe ich echt das gefühl dass ich ads habe oh guck mal diamanten ja toll 1 was was alter 10 diamanten ada willst du mich ficken was ist auch scheiße ich wohne daran gefallen loll ich kumäcke noch ein diamant keine reaktion äh äh weißt du an der oberfläche musst du dir echt den arsch absuchen bis du eisen findest hier wird einem diamanten einfach so hinterher gefurzt ey was ist denn so okay nee ich kann den eisen nicht einfach so hier liegen lassen die auch aus der wand holen ich glaube ich weiß was für ein projekt ich als nächstes anstreben werde ich hatte ein tutorial gesehen zu einem zu einem haus so unterirdisch ist aber halt mit mit glasdächern also dass du quasi glas als dach hast und so und da weiß ich noch gibt es ein enchantment table als als ähm sag schon ah äh ähm ähm gab es da noch mit dabei und das würde ich dann bauen wollen damit ich halt das den enchantment table ähm halt habe ja von hier bin ich glaube ich ja von hier bin ich glaube ich ja von hier bin ich glaube ich das gold 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 ja das lava oh ne fucken ihre schritte also okay ist über mir ne hinter mir scheiß creeper oder hier es gibt mir doch nie jemand selbst ich glaube es nicht ich hatte ich wusste ich habe mir schon so gedacht so ich baue mich die ganze zeit runter weil ich halt eisen raushole so echt kommt wenn ich den jetzt noch abbauen falle ich hin was passiert ich falle hin nein ich lach nicht also ich könnte jetzt was sagen ja das war jetzt selbstkammer ich habe jetzt gerade gebaut und genau den blog abgebaut und dann wird drauf gebaut was mache ich eigentlich ich bin so dumm und hier weiter also ich ich will das nicht ich wollte gerade sagen ich weiß wie ich jetzt das lachen wegnehmen kann wieder 6 weitere gefunden ich kann nichts dafür ich mache das nicht mit absicht ich glaube einfach durch die gegend und sammle eisen eier eisen und dann drehe ich mich um und sehe auch diamanten wie gesagt ich mache das nicht mit absicht das muss ich nur noch den weg zurück finden ich bin dumm so so wollte ich es machen die sind auf der linken seite das ist ein gutes zeichen doch doch das gefällt mir nice ok die treppe ist soweit schon mal funktionell das sieht so geil aus aber da müssen wir echt treppenstufen hin machen weil ganz ehrlich die doch ja ich habe den ausgefunden was mache ich glaube woanders hin klassischer gandalf wollen wir langsam aufhören weil langsam ist bei mir sowieso ja 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 ich bin gleich fertig so dass ich bin gleich fertig so das auch wo kommst du hoch zu unter normalen höhle also zu dann warte ich darauf dann bin ich mal gespannt was du davon hält ja es ist jetzt nur in rohform und sogar noch die länder und blau und so bin ich denn hier lang gekraxelt so ich hier nicht doch ich glaube hier bin ich runter da ist zumindest eine fackel die höhle alte die sieht vor allem die kleinere also da mit dem spinns bonner die kann man so gut aus fläche umbauen deswegen da kommt es glaube ich das dorf nicht wegschießen lassen auch perfekt auch in safe ja das ist doch 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 ich habe ein bisschen umdekoriert wie viel langweil hattest du das geht halt jetzt hier rauf schön wo ist der zugang von 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 meiner der rüber das ist die gleiche höhle hier rauf und hier oben ist dann dein haus da gibt es zu deinem haus rüber okay okay und dann hier oben ist quasi das eine kleine löchlein was du heute gefunden hast habe ich ein bisschen das müssen treppenstufen hin unbedingt da habe ich bisschen die den erdhügel weg gemacht kann man an die bäume noch bis zu sehen aber ich weiß nicht was man dahin machen sollen irgendwie vielleicht ein glas irgendwie so als ich bin vorsicht das sieht schon krank aus und ich habe vor vielleicht ist alles das koppelstern zu machen weil irgendwie kommt es sonst sieht schon geil aus überlegen oder vielleicht im steinziegel auch benutzt also wie ich von meiner hütte der wand war die wand er hat vielleicht den gang runter vielleicht tausche ich doch das koppelstern geht halt einfacher so weil ja 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 ich weiß ich weiß ja da muss ich mal kurz gucken ja was haben wir denn aber das war es für mich heute alter ganz ehrlich das glaube ich dir dann lockere ich mich mal hier aus der verbindung trennen hier so ich besitze jetzt gesagt wird sich diamanten alter ich bin gerade 60 diamanten alter ich schau gerade warum glänzt nicht so alter lol es ist so warm hier naja steine alter der höhlen eingang der war es wirklich also der war es wirklich so so das war wie ich habe vor vielleicht die grabstätte ich bin gerade mal überlegen ob ich vielleicht die grabstätte auch miteinander das alles verbinden warum nicht sag dann bescheid ich kann ja so diese diese sag mal so bisschen unsichtbaren ähm durchgänge machen oder halt äh türen mit mit äh ich habe ja drei klebrige kolben habe ich ja das klebrige kolben klingt auch irgendwie eklig ne ach ich überleg grad ich wollte ja noch das tor zu ende bauen Welches war? Achso, oh. So viele Projekte. Was denn? Ach, okay, ist dahinter. Ich dachte, das wäre jetzt im Feld. Das Pferdchen. Achso. Hast du verworfene Frames bei dir? Nö, ausgelassene Frames null. Komisch bei mir letzt. Ob ich da so ein Hund wieder liege? Das ist an meinem Browser oder? Ach, und außerdem, ich habe was vor. Ich weiß nicht, ob das klappt von Twitch-Seite. Dass ich demnächst vielleicht in WQHD streamen, also 1440p. Mhm. Weil, also Affiliate kann man ja bei mir je mittlerweile die Qualität hoch- und runterschrauben. Ja. Und so, deswegen so, dass ich vielleicht auf WQHD umsteige, weil mein Hauptbildschirm ist ja WQHD. Mhm. Und so, deswegen so, hm. Wäre das eine Überlegung wert. Einziges Problem ist die Kamera, weil die Kamera im Full HD aufnehmen und dann müsste es halt ein bisschen strecken. Ja, aber die ist ja sowieso nicht komplett zu sehen, oder? Ja, jetzt in Talkbildschirm bei mir schon. Ah, okay. Aber halt in Game halt nicht. Dann hole ich mir doch nicht Sony Alpha 7 Mark III, wenn die 4000 Euro kommen. Also, was steht denn bei mir als nächstes an? Ich glaube, kann das bei mir im Adbook anliegen. Ich dachte, was ist mit der Bildqualität los? Hm? Sieht gerade nicht so geil aus. Wenn ich jetzt hier mal in den Desktop gehe. Und natürlich, der Desktop ist hier in der Szene natürlich aus geil. Hier, so sieht es gerade bei mir aus. Welche Bitrate oder hast du bei dir eingestellt? Ähm, 6 Mbit. Das, was Twitch als Maximum annimmt. Nein, ich meine jetzt, im Moment, ich muss ganz kurz, äh, Ausgabe. Ne, nicht Ausgabe, Street. Na doch, Ausgabe war es. Äh, bei der, ähm. 6.000. Bei dir ist das so übelst. Ja, okay, 6.000. Ja, ich habe auch 6.000 an die, äh, dings. Hm. Vielleicht ist es bei mir auch dann so? Hm, keine Ahnung. Hm. Hm. Hm, was meinst du denn? Ja, weil es bei dir so übelst pixisch war, wie du dich so bewegt hast. Aber es ist so richtig. Hm. Ja, ich mache mit dir dann ganz kurz ein Foto, dann siehst du es. Wenn du dich dann irgendwann mehr bewegst. Hm, ne, ich bleib jetzt stehen. Weißt du, wenn du stehst, alles einmal frei, aber ab dann so. Hm. Das ist ja seltsam. Hm. 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 Vielleicht, vielleicht niedrige, niedrige Framerate oder so? Äh, drei. Weiß nicht, also ich habe bei, ich habe bei Twitch bei mir alles eingestellt hier im Moment. Okay, jetzt geht's gerade. Hm. Ja, dann. Ja, es geht jetzt gerade. Hm, toll. Egal. Also gut, ich kann noch. Was? Wo war das? Wo war das? Wo waren die da? 1, 2, 3, 4 Felder bauen. Unterirdisch wäre auch, also ist es so ein kleines Dorf mit Feldern in, äh, in, äh. Oh mein Gott, ich kann nicht reden. Oh mein Gott, ich kann nicht reden. In der Höhle drin. Ha. Hm. Alter, ich habe jetzt gerade eine Höhle. Eine Höhle. Ich habe... Alter, ich habe jetzt gerade ein Standbild von dir, Alter. Okay, nevermind. Ich habe gerade nur einen kurzen Standbild von dir, ich habe dir ein Video geschickt. Okay, jetzt nächste Mal, wenn es steht, das Bild dann, ja. Aber ich glaube, ich würde jetzt dann sagen, du machst es dann zu Ende, oder? Ja, ja, ja. Okay, ja, nice. Also beim nächsten Mal das Tor zu Ende bauen, die Felder machen und dafür sorgen, dass ich zumindest anfange, äh, dieses Ding zu bauen, dieses Unterirdische. Dafür werde ich ein bisschen mehr Platz brauchen. Ähm. Ja, ich werde bei mir... Achso, du hast noch nichts zu Ende. So, ja, ich kann ja die Verbindung trennen. Okay. Ähm. Ja, ich werde bei mir auf jeden Fall die, ähm, sag schon, den Eingang richtig machen. Ob ich da jetzt die komischen Dings... Was hast du nochmal für Steine hergenommen? Äh, Steinziegel. Die... Ob ich entweder halt die Steinziegel verwende oder Cobblestone mal schauen, weil bis jetzt habe ich halt alles mit Cobblestone gemacht und so, so, deswegen so. Mhm. Müsste ich halt alles dann auch mit Steinziegel machen. Ziegelstein. Steinziegel? Ziegelstein? Egal. Ja. Also wenn du das mit Steinziegel machen willst, ähm, dann sag Bescheid, dann kannst du in meiner Hütte die Steinsäge benutzen, damit du halt aus Cobblestone dann die Steinziegel machen kannst. Ohne halt die Cobblestone halt vorher einzuschmelzen und so weiter. Mhm. 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 So. So. Bro. Dann... Du bist...